Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 343 der zwischen Mailand und Düsseldorf und Dingens Woche. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei Hellfreeze is over. Wir haben Stunden damit verbracht, die Podcast-Technik zu entstauben. Begrüßt Sie im Chat mit einem dreifach donnerten Alex-Meyer-Fußballgott. Herzlich willkommen zurück, Frau Alex. Ich muss wieder weg. Wieso war das klar? Da kommt er gleich mit Alex-Meyer um die Ecke. Das kann ich mir zu Hause, kann ich mir das jedes Wochenende anhören. Da geht jedes Wochenende, geht ständig diese Kicker-App auf. Ach guck mal, hier hast du gesehen, der Alex-Meyer, der hat wieder Tor geschossen, der trifft jedes Mal. Den hat die Eintracht gehen lassen. Kriege ich jedes Wochenende auf der Couch hier erzählt. Weil wir ja sonst keine Stürmer haben, die Tore schießen glücklicherweise. Richtig, bei uns trifft ja keiner. Nee, es ist ja total, also es ist ja fürchterlich. Wir haben ja nur Kraupen da vorne im Sturm. Hier letztes Spiel schon wieder keiner von denen getroffen. Genau. Ist ja echt fürchterlich. Ja, aber ich will mal gar nicht so unhöflich sein. Tag erst mal. Schön, dass du mal wieder den Weg hierher gefunden hast. Wir haben dich heute extra vom Golfplatz losgeeist. Ja. Ja, bei dem stürmischen Wetter hätte das wahrscheinlich auch mit dem Golfspiel nicht so richtig funktioniert. Richtig, ich sitze hier noch schön im Polo-Shirt. Ja, hervorragend. Wie kommen wir jetzt von Polo auf Dings? Wir reden über heute Fußball, Inter, Düsseldorf. Wir haben Dummschwätzer und alles dies, das, Ananas. Fangen wir doch mit dem Inter-Spiel an. Vergangene Woche, grandios das Ding. Vor allen Dingen diese Choreo am Anfang. Also ich habe es ja nur am Fernseher miterlebt, aber das war ja schon hoch. Da hatte ich aber mal eben Schwertränen im Gesicht. Das war großartig, was da ablief. Das ist schon geil. Vor allen Dingen, wenn du halt das ganze Stadion mitmacht. Also die Choreo am Anfang war ja schon geil, aber da klebt halt so ein Zettel auf deinem Stuhl und auch wenn du dein Business-Seat da hast, da hast du Zettel, da steht drauf, was du zu tun hast. Manche sind halt so aufgeregt, weil sie das erste Mal ein Fähnchen in der Hand haben, dass sie schon eine halbe Stunde vorher anfangen zu winken. Das ist ja alles noch so organisiert und dann, wenn es kommt, ist geil. Aber was ich viel geiler fand, ist, dass halt zwischendrin, wie halt so der Wechselgesang kam, dass dann auf einmal tatsächlich auf der Haupttribüne die Leute angefangen haben, ihr Fähnchen wieder rauszuholen. So wie es hier in Berlin war beim Pokal-Endspiel, wo halt auch die ganze Zeit die Fahnen wieder geschwungen wurden, die eigentlich nur zu Choreo verteilt wurden. Und wenn es dann so spontan nochmal rauskommt, das ist halt auch schon extrem geil. Ja, weil die Choreo am Anfang auch grandios. Ich war die schwarze Null. Du warst die schwarze Null. Ich fand das auch grandios. Ich konnte mal wahrscheinlich im Stadion nicht so richtig sehen, aber im Fernsehen ist das aufgefallen, als dann die Spieler rauskamen und dann saßt du so zwei, drei Interspieler, die dann da in der Mitte standen und die guckten immer so mit so weit aufgerissenen Augen, so über die linke Schulter, über die rechte Schulter, so nach dem Motto, was geht hier ab, warum ist das so lauthilfe? Warum haben die dieses Stadion voll? Wo sind die Sitze, die ich sonst immer sehe? Warum sehe ich keine leeren Sitzschalen? Was ist denn hier bitte los? Also sie wirkten sehr, sehr verängstigt. Das fand ich großartig. Eventuell können die Eltern der Spieler sich noch daran erinnern, wie es war, als in Italien auch die Stadien voll waren. Also dann noch Leute hingegangen sind, um Fußball zu gucken, meinst du? Genau. Ja, ich weiß nicht. Aber da gab es extrem viele geile Bilder hinterher. Es gab halt auch so ein Bild vom Gacinovic, wie er reingelaufen kam mit seinem Einlaufkind an der Hand. Er hat irgendwie so mit offenem Mund auf einmal fotografiert wurde. Aber auch ein ganz geiles Bild. Wenn du halt rauskommst und so die Choreo siehst. Ach, ich glaube, das ist schon geil. Ich glaube, ich wäre auch Gemma-Profi. Muss schon geil sein. Ich dachte, Einlaufkind. Ja, das wäre ein bisschen unglücklich. Warum? Ja, der Gacinovic ist ja nur so ein Hemd und stellt dir mal vor, ich müsste an dem seiner Hand reinlaufen. Da würdest du dir denken, der ist das Einlaufkind. Das wäre auch wiederum ein lustiges Bild. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Ja, aber auf jeden Fall, Choreo war grandios. Auch dann zum Anfang der zweiten Hälfte dann da nochmal den Goldglitter da rauszuballern. Also es war... Hier, da stand ich am Bierstand. Ich kam rein und denke mir, was liegt denn da unten auf dem Boden? Hab ich mich geärgert. Ja, das war schön. Ah, das finde ich immer am geilsten. Ich finde diese weißen Schießdinger schon, die finde ich schon immer mega, wenn wir das machen. Weißt du, wenn wir diese weißen Papierschnipsel so schießen. Und jetzt mache ich mein Gold und da stehe ich am Bierstand. Weil die Usch nicht parat kam. Schlechtes Timing. Schlechtes Timing, Alex. Sagste, sagste. Ja, 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 ja. Aber neben Choreo wurde da, glaube ich, auch noch Fußball gespielt. 90 Minuten lang oder sogar ein bisschen mehr. Und ich weiß nicht, sollen wir erst über Fußball reden oder wollen wir direkt anfangen, auf den Schiedsrichter einzuhauen? Ja, also der war schon, wobei, so im Nachhinein, also ja, was willst du sagen, der Elfmeter, der war halt 0 Elfmeter. Ja, der Gegebene war 0, dafür war der andere schon eher so 105. Der gegen Haller, der nicht gegeben wurde? Ja. Weiß ich nicht. Also ich denke eher, wenn du den Ersten gibst, musst du den gegen Haller auch geben. Ja, das ist eigentlich... Das ist so meine, äh, meine Argumentation. Ja. Aber ich hätte sie, ich hätte sie beide nicht gegeben. Du hättest sie beide nicht gegeben? Nee. Okay. Also fangen wir mal irgendwie dann doch so ein bisschen an. Ganz vorne, Inter kommt trotz irgendwie Nervosität nach Choreo, finde ich, bedeutend, äh, besser ins Spiel. Hat uns so ein bisschen... Voll! ...da unter Druck gesetzt. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, die Eintracht hat die Hosen voll gehabt. Na, wir waren nicht zu defensiv. Also das haben sie ja auch im Nachhinein dann alle gesagt, dass sie sehr viel im Kopf hatten, was der Trainer ja auch im Vorfeld gesagt hat. Wir müssen die Null halten, um uns da eine gute Ausgangssituation zu bringen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie das einfach geistig so ein bisschen gebremst hat und sie dadurch halt einfach zu vorsichtig waren und haben sich da so ein bisschen den Schneid abkaufen lassen. Wäre jetzt meine Interpretation. Ja, vorsichtig kannst du ja machen, aber da waren halt auch echt Böcke dabei, ne? Also gerade vom, 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 äh, Dika, dieser eine Fehlpass, den erinnere ich mich noch relativ früh in der ersten Halbzeit. Ja, stimmt. Hat er, hat er von links außen irgendwie in die Mitte gepasst und einen Interspieler genau in die Füße rein und, und so Schnitzer waren halt öfter mal dabei, wo der ja gedacht hat, Alter, bist du doch eigentlich gar nicht, bist du doch gar nicht gewohnt. Ja, aber gut, jetzt muss man halt auch bedenken, ja, dass er eigentlich das, was er in ihren Spielen da vorgebracht hat, um ihn da jetzt mal so ein bisschen in Schutz zu nehmen, war halt auch einfach weit über dem, was du von dem Spieler in dem Alter und mit der Vorerfahrung erwarten kannst. Also irgendwann musste der Einbruch kommen, da waren jetzt so ein paar Patzer drin, die waren jetzt aber auch nicht so, dass die Abwehr sie nicht irgendwie kollektiv, ähm, da jetzt ausgebügelt hätte. Nee, 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 also es war, war jetzt kein Drama, ne, also war auch nicht so, dass die erste Halbzeit so richtig schlecht war, aber ich fand, du hast ja schon angemerkt, dass, äh, dass eine gehörige Portion Respekt dabei war und die war, die war vielleicht auch dem ein bisschen geschuldet, dass du, dass du halt immer auch so eine, so eine krasse Atmosphäre hast. Ich glaub, das erhöht halt schon auch nochmal so ein bisschen den, den Druck auf dich und wenn's dann, wenn du halt merkst, im Spiel läuft's grad nicht so und du hast dann halt so ein ausverkauftes Haus, wo du eine komplette Stadion-Choreografie hast, wo die Meute am Ausrasten ist und du merkst, heute läuft nicht rund. Dann, äh, ja, kann das, glaub ich, nochmal so ein, so ein extra Druck irgendwie mit reingeben, aber sie, sie haben's ja dann relativ, relativ sauber hinbekommen. Aber nochmal so ein bisschen zum Schiri zurück, weil da hatten wir ja auch direkt am Anfang eine Szene, ich glaub, mit Kostic, ne, der hat die gelbe Karte gesehen. Hm, ja, genau. Direkt in der dritten Minute oder so, ne? Dritte, vierte Minute direkt, ja, ja. Genau, und da weißt du halt, da weißt du eigentlich, was, was auf dich zukommt, ne? Also, wenn du in der dritten Minute für so ein Foul eine gelbe Karte bekommst, ist halt auch eine Ansage vom Schiri. Ja. Da musst du halt wissen, heute wird kleinlich. Also, kleinlich war noch, also, wenn er nur kleinlich gewesen wäre, dann wäre er noch großzügig gewesen. Also, der hat ja, der hat ja schneller gepfiffen als Lucky Lux Schatten, also, ist ja, ja, purer Wahnsinn. Genau, aber Trapp, ich war ja die ganze Zeit, wenn ich euch so zugehört habe, ich war ja, ich war ja nie so auf dieser Trapp-Euphorie-Welle, ne? Ich fand's auch gut, dass er zurückgekommen ist, fand auch gut, dass, also, Renaud ist mir halt auch zu wenig Persönlichkeit, so, das ist ein zierlicher kleines Persönchen hinten drin, ich weiß nicht, der hat bei mir auch nicht so das Standing. Aber so ganz am Anfang, als er zurückgekommen war, war der ja voll auf dem Trapp-Hype, ne? Und ich finde jetzt so mit dem Spiel gegen Inter, da hat das bei mir jetzt auch, also, da hat er jetzt Schallmauer durchbrochen. Jetzt, äh, ich bin voll bei euch. Ja. Nie wieder gehen lassen. Ja, also, er ist halt einfach, wie du schon sagst, er ist im Vergleich zu Renaud, ist er halt einfach eine Persönlichkeit da hinten drin. Das, was Radetzky vorher ja auch war, wobei er da schon auch nochmal auf einem anderen Level unterwegs ist. Also, war definitiv ein extrem guter Griff, den auszuleihen und mit dem Elfmeter hat er halt auch nochmal ganz klar bewiesen, warum er auch da hinten spielerisch extrem wichtig ist. Genau, und das war halt auch einer der wichtigsten gehaltenen Bälle bis jetzt in der ganzen Saison, weil jetzt uns das einfach, wäre das Tor reingegangen, der Schiri jetzt, also, es ist halt echt ein geschenkter Elfmeter für nix. Und das ist halt einfach, der Trab hat uns gegen alle Widerstände diese scheiß Null hinten festgehalten. Die haben kein Auswärtstor, wir fahren mit einem 0-0 dahin, ist alles offen, die müssen wir's machen. Wenn wir mit einem 1-1 da rausgehen, ist alles fein, sind wir weiter. Also, ist er schon so ein bisschen die Chancenlast auf unserer Seite. Wir haben die bessere Ausgangssituation. Ja. Ja. Und deswegen alles cool. Und das ist halt tatsächlich, das ist halt, das ist eine Situation, die kann der Trab sich jetzt komplett ans Revers heften. Weil er hat's, klar hat die Abwehr nachher auch gut gestanden, aber in der zweiten Halbzeit waren jetzt auch, also, es waren jetzt auch nicht so die Riesenanzahl an hundertprozentigen Chancen. Also, ich weiß, dass er noch einen rausgefischt hat, aber der gehaltene Elfmeter ist einfach die Schlüsselszene des Spiels für mich. Also, ich kann mich wirklich realistisch an maximal einen tatsächlichen Torschuss von Inter in der zweiten Hälfte erinnern. Die haben wir komplett wegdominiert. Aber wir haben halt dann auch aus unseren Dingern nachher da zu wenig gemacht. Aber bleiben wir vielleicht mal noch kurz bei der ersten Hälfte. Wie du schon sagst, gelbe Karten oder generell die Pfeife saß recht locker. Zwei Interspieler haben auch noch gelb gesehen. Die dürfen dann im nächsten Spiel zu Hause bleiben oder auf der Tribüne Platz nehmen. Und Hasebe, den haben sie auch mal galant weggewemst mit dem Erfolg, dass er sich dann noch einen Nasenbeinbruch zugezogen hat. Ich weiß noch. Da habe ich ehrlich gesagt tatsächlich gar nicht mitbekommen. Ich hatte das nur mitgekriegt, wie gesagt, am Fernsehen. Das richtige Tier hat er jetzt gegen Düsseldorf ausgepackt, ne? Ja, da kommen wir ja gleich noch dazu. Ja, wo er in der vierten Minute die Maske da unterreißt. Also habe ich auch gedacht, du lieber Welt, mach du mal. Ja, also das war so ziemlich alles in der ersten Hälfte. Wir haben wenig offensive Chancen gehabt. Ich glaube, Gacinovic hatte noch irgendwie so einen versuchten Schuss. Der war aber auch eher so, ja. Also Gacinovic is doing Gacinovic things, so zwischen Hippel und Höller. Schwede irgendwann raste ich wegen dem im Stadion noch komplett aus, ne? Also das ist, aber der Rode, der ist ja genauso. Wenn du dem Rode oder dem Gacinovic im Sechzehner den Ball gibst, da kann der Gegner einfach nach Hause gehen. Egal, ob sie alleine oder sonst irgendwo stehen. Ich weiß nicht, was mit denen ihren Beinen passiert, sobald die über diese Linie gehen. Aber da passiert ja gar nichts mehr. Da habe ich mich ja letzte Woche schon drüber aufgeregt. Immer wenn Gacinovic dann, nee, nicht Gacinovic, Rode sich dann nochmal irgendwie so um 180 Grad dreht und versucht dann zu schießen. Das erinnert so ein bisschen an diesen Versuch von Hannover, am Wochenende bei Schnee ein Tor zu schießen. Ungefähr genau diese Geschwindigkeit hatte der Ball auch, allerdings halt ohne Schnee. Ja, also das ist echt, alles bis zum Sechzehner ist ja echt okay. Und da haben die zwei auch immer mal wieder einen guten Pass drauf. Aber sobald es in Richtung vom Tor gibt, Leute, gebt denen keinen Ball mehr. Ich weiß auch gar nicht, seit wann tritt denn der Rode Standards? Also wer hat denn sich das einfallen lassen? Ja, bei Standards wiederum, finde ich, geht's. Also die finden ja auch meistens außerhalb des Sechzehners statt. Da würde ja deine Theorie dann auch wieder funktionieren. Ja, also die sind halt, also Rode ist halt definitiv kein Goalgetter und Gacinovic ist halt immer so zwischen Licht und Schatten. Aber man muss natürlich auch bei Rode zur Ehrenrettung sagen, der hat auch gerade gegen Inter wieder ein Megaspiel gemacht, was die Zweikämpfe angeht und da den Spielaufbau und den Druck nach vorne. Ich finde es halt echt schade, dass der immer noch keine Puste hat für die vollen 90 Minuten. Weil das merkst du halt schon, wenn der vom Platz nochmal runter ist und wir dann einen Willems einwechseln, das ist dann halt auch nochmal eine ganz andere Liga. Ja, ja gut. Aber ich meine, guck mal, die letzten drei Jahre hat der eigentlich, der hat ja überhaupt keinen Rhythmus gehabt. Der kam ja nie richtig zum Zug, entweder immer mal verletzt gewesen oder dann auch keine Chance gehabt. Ja, und dafür ist es echt Bombe, ne? Also ich meine, in Dortmund saß er ja auch auf der Bank, weil alle gesagt haben, ah, so lang verletzt, wer weiß, ob der überhaupt irgendwas schafft. Der kommt hier hin und ist direkt ein fester Bestandteil der Mannschaft und der macht seine Sache auch echt gut, ne? Also, bis zum 16er. Manchmal, jetzt hier im Spiel gegen Düsseldorf, da war auch eine Ecke dabei, wenn vorne am ersten Pfosten einer steht, der das Ding mit dem Kopf nach hinten verlängert, dann kann da ab und zu mal was draus werden. Aber ich hasse diese Ecken auf den ersten Pfosten. Das ist so, da kann mit Glück hinten raus ein bisschen was passieren. Aber ansonsten fand ich es halt auch echt geil in der Variante, die kurzen Ecken zu spielen und einfach reinzulaufen. Da können wir viel mehr mit anfangen, mit einem gescheiten Pass. Vor allem, weil dann halt auch einfach, also entweder wirklich reinlaufen oder halt eben dann nochmal irgendwie überlegt flanken, aber dann halt eher auf den zweiten Pfosten. Aber ich glaube, das reinlaufen würde uns an der Stelle halt wirklich mehr bringen, weil du natürlich dann auch den Gegner nochmal so ein Stück weit unter Druck setzt, weil für den es natürlich dann auch einfach schwieriger wird, das zu verteidigen. Weil gerade in so einer Situation, die gehst du nicht mit voller Wucht in so einen Zweikampf, weil dann riskierst du ja wirklich total den Elfmeter. Das würde wahrscheinlich auch nochmal mehr so passieren. Ja, vor allen Dingen, weil sich das Positionsspiel dann auch nochmal komplett verändert. Also wenn eine lange Ecke, wenn du dich darauf vorbereitest, dann stehst du halt ganz anders. Und in dem Moment, wo halt die kurze Ecke gespielt wird, musst du halt relativ schnell reagieren, checken, wo gerade dein Gegenspieler ist, je nachdem, wie die Zuordnung da ist. Das ist dann halt tatsächlich, wie du gesagt hast, ein bisschen schwieriger zu verteidigen. Und du hast halt bei der Flanke einfach schon mal zehn Meter weniger, die du überbrücken musst. Naja gut, jetzt nicht zehn, ne? Aber du kannst halt deutlich genauer spielen. Du kannst hinten den neuen, grandiosen Pass auf Pacencia spielen. Pacencia. Pacencia? Paciencia? Pass? Pass? Der neue. Dieser neue Stürmer. Der vierte. Auf den vierten spielen. Ja. Ja, also wären noch ein paar Chancen drin gewesen, beziehungsweise wir hatten Chancen, aber wir haben am Ende nichts draus gemacht. Und kurze Info an Rubeck im Chat. Wir wissen, dass man Pacencia nicht lispelt, aber wir wussten, dass du dich darüber aufregst. Macht er sich über meinen Sprachfehler lustig? Lustig. 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 Ja, und dann gab es eben diese Haller-Elfmeter, man kann ihnen vielleicht geben Chance. Also wie gesagt, wenn man den auf der einen Seite gibt, dann muss man den wahrscheinlich auch auf der anderen Seite geben. Das ist das Ding, ne? Also wenn du diese Fernandes berührt leicht mit dem Oberkörper gibst, dann musst du halt, Haller wird umgerissen, musste geben. Ja, definitiv. Wird nicht gegeben, es wird nicht mal irgendwie kurz gezuckt, es wird auch nicht mal irgendwie den Linienrichter oder irgendwas befragt. Video Assistant Referee haben wir ja in der EuroLeague zum Glück, vielleicht auch zum Pech, wir wissen es nicht, nicht. Ja, Adi Hütter natürlich dann zu Recht leicht erbost. Die arme Flasche muss drunter leiden, also nicht die Flasche mit der Pfeife auf dem Platz, sondern die andere Flasche. Und dann darf er auf die Tribüne und das resultiert dann im Folgespiel Sperre. Ja, die Entscheidung war halt schon, das ist halt ohne Fingerspitzengefühl entschieden. Als Schiedsrichter, also ich wusste es nicht, dass es automatisch ein Spiel Sperre hinter sich herzieht. Aber als Schiedsrichter weißt du das? Ja. Und da kannst du auch einfach, ich meine, ein Hütter ist kein Klopp. Bei einem Klopp passiert sowas 80 Millionen Mal im Spiel und da finde ich es auch okay, wenn man irgendwann mal hergeht und sagt, hier, auch wenn du mir gleich mitten ins Gesicht schreist und eventuell auch ein Ohr abbeißt, geh jetzt mal bitte da hoch und beruhige dich. Der Hütter ist die Ruhe in Person, einer der ausgeglichensten Spieler, Trainer an der Linie, der halt auch echt so ein bisschen Seniorität ausstrahlt. Und zu dem gehst du dann hin, weil er einmal gegen die Flasche tritt und sagst hier auf die Tribüne, was ja noch okay ist, aber nicht unter dem Aspekt, wenn du weißt, dass du damit tatsächlich jemanden so benachteiligst im Rückspiel. Also das ist halt schon eine krasse Entscheidung. Ich hätte es vielleicht noch verstanden, wenn im Vorfeld schon irgendwas gewesen wäre, wo er ihn irgendwie ermahnt hätte oder irgendwas. Weswegen denn, weswegen denn? Ja, aber ich sag ja, wenn sowas gewesen wäre, dann in der Situation zu sagen, so komm, ich hab's dir jetzt zweimal gesagt, jetzt ist echt hier Kirmes rum, hau mal ab. Aber wie du schon sagst, der ist in den ganzen Spielen nie irgendwie auffällig geworden. Der ist kein Schreihals, der ist nicht der Choleriker vom Dienst. Ja, in der Situation hat er sich aufgeregt, weil nachvollziehbar, ich glaub, das hat jeder von uns getan. Ich hätte auch fast Dinge in den Fernseher geschmissen. Das ist halt echt, wie du schon sagst, ohne Sinn und Verstand. Da einfach mal hier den dicken Molli raushängen lassen müssen und ein Exempel statuieren, was er einfach jetzt auch schwerwiegende Folgen hat, weil die Konsequenz daraus ja jetzt ist, nicht nur, dass er nicht auf der Bank sitzen darf, sondern er darf ja vor dem Spiel, nach dem Spiel, während der Halbzeitpause nicht mit der Mannschaft kommunizieren, weder direkt noch indirekt. Also er darf ja auch, so steht's ja in den Statuten drin, auch nicht mal irgendwie zwischendrin den Co-Trainer anrufen, das wäre ja dann quasi indirekte Kommunikation, darf er ja auch nicht. Okay. Das wusste ich noch gar nicht. Doch, das steht drin, weder direkt. Wie lange vor dem Spiel darf er, oder weißt du, wann er vor dem Spiel weg muss? Muss ich gerade mal gucken. Ich glaube, im Kicker hatten sie das nochmal irgendwie beleuchtet. Also was ich mir gemerkt habe, war, dass er nach dem Spiel auch irgendwie eine Viertelstunde nach Abpfiff noch nicht irgendwie runter darf. Ja, ich finde vorher eigentlich fast viel schwieriger. Ja, ich finde die Halbzeit halt irgendwie doof. Also er darf halt nicht in den Spielertunnel und nix. Und Halbzeit wäre halt extrem wichtig gewesen, weil das ist, das sagte er auch heute nochmal in dem Statement, weil es gab ja nochmal den Einspruch, den die Eintracht eingelegt hat, was ich ja extrem gut finde. Wo sie nochmal, wo er heute nochmal gesagt hat, dass das halt so die Punkte sind, wo du als Trainer einfach da auch nochmal Impulse setzen kannst. Das finde ich halt viel schwerwiegender, dass er da in der Halbzeitpause nicht hin darfst. Ja, das wäre halt wirklich nochmal so eine ganz andere, Geschichte gewesen. Jetzt finde ich blöderweise den Beitrag im Kicker nicht, aber ich meine, da hatten sie das nochmal irgendwie aufgelistet. Ich meine mich an irgendwas mit einer halben Stunde erinnern zu können. Ja, krass, das lese ich auch nochmal nach. Also da hatte ich jetzt auch nicht mit gerechnet. Zumal, ich weiß nicht, ob ihr oder ob du guckst, verfolgst du dieses Countdown for Europa auf Nitro? Nee, nur partiell. Ist eigentlich ganz cool gemacht. Also die begleiten ja vor jedem Spiel die Eintracht und bringen da halt auch immer so ein bisschen Zusammenschnitte, wo sie halt auch zeigen, was in der Kabine so vor sich geht. Und ich glaube, der Hütter hat da schon eine ganz geile Art, einfach auf die Leute einzureden. Also weil der hat für mich, das ist eine Persönlichkeit, der kommt halt in den Raum rein und der ist da, der hat eine Ausstrahlung und der bringt sowas, ich weiß gar nicht, wie ich das besser als Seniorität beschreiben soll, der bringt sowas rüber, da hast du Vertrauen rein, der zeigt dir ein Video und der sagt halt hinterher, das ist nicht so der Schreihals, so wie so ein Klopp, der irgendwie die Leute heiß macht, sondern der sagt halt in einem relativ ruhigen Ton dann in seiner Ansprache, was gefällt mir extrem gut. Und wenn du dann anguckst, was er für Co-Trainer hat, also ein Armin Reutershahn ist halt, das ist halt so ein typischer Co-Trainer. Ich glaube, das ist ein guter Arbeiter, aber das ist halt niemand, der irgendeine Ansprache oder so hält. Und dann der andere, den er mitgebracht hat, hier dieser ehemalige Offizier, hab Achtstellung, irgendwas, Bundeswehr-Style-Typ, dem traue ich das halt auch nicht zu, so eine Stimmung in der Mannschaft zu erzeugen, mit der du dann halt irgendwie rausgehst. Und ich glaube, das ist halt schon eine Schwächung, dass er während des Spiels nicht an der Seitenlinie steht, weiß ich gar nicht. Also ich weiß gar nicht, ob du da als Spieler das auch so viel registrierst. Nee, das jetzt nicht, aber halt wirklich in den ... Tuchel und Klopp abziehen. Also glaube ich nicht, dass die Spieler das alles so mitbekommen. Aber gerade so im Vorhinein, die Mannschaft einfach so ein bisschen auf das Spiel einzustimmen, nochmal mitzugeben, dass die Ausgangslage echt geil ist und dass man Großes erreichen kann. Und naja, die werden schon irgendeine Lösung finden. Dann bleibt die Mannschaft halt ein bisschen länger im Bus. Genau. Mit dem Bus fahren darf er. Das steht wohl irgendwie drin. Und dann in Artikel 69 Zusatzbestimmung steht, an der technischen Zone verwiesener oder mit einer Funktionssperre belegter Trainer darf sich während des Spiels weder in der technischen Zone aufhalten, noch direkt oder indirekt mit den Spielern und oder dem Trainerstab kommunizieren. Zudem darf ein Trainer, der mit einer Funktionssperre belegt ist, die Umkleidekabine oder den Spielertunnel vor oder während des Spiels nicht betreten. Alter. Also der muss quasi aus dem Bus raus und dann direkt oben auf die Tribüne und sich da irgendwie einen Sitzplatz suchen und muss dann da quasi bis, so wie ich das verstanden habe, 15 Minuten nach Abpfiff, dann darf er quasi erst zu den Spielern. Also das ist halt wirklich harter Tobak. Ja. Richtig. Vielleicht, ich weiß gar nicht, wie oft, du hattest Fynn Klopp angesprochen, wie oft wurde Klopp mit so einer Strafe beleidigt oder belegt, weil er dem vierten Offiziellen irgendwie die halbe Gesichtshälfte weggefressen hat? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass der für ganze Spiele auf der Tribüne gesessen hat. Ich kann mich daran erinnern, dass der, keine Ahnung, 80.000 Euro Strafe hinterher zahlen musste, weil er dem Schiri mit der Kappe gegen die Stirn gestoßen hat oder ins Gesicht gebissen oder so. Ja, das könnte ja hier auch noch irgendwie passieren, weil das Ganze wird ja, so wie ich das verstanden habe, in der nächsten Sitzung des Kontrollausschusses auch nochmal behandelt. Ja, ey. Behandelt am 28.3. Also, ja. Was ist los mit dieser UEFA, ey? Also. Ja, leider manchmal zu viel. Ja, also was glauben die? Also, wir sind hier auf dem Fußballplatz, ne? Da müssen die Trainer einen Anzug anziehen und dann, wenn er seine Wasserflasche umtritt, gibt es ein Strafverfahren oder was? Da gibt es jetzt nochmal eine extra Verhandlung. Ich hoffe, der hat einen guten Anwalt. Naja, es gibt also nicht eine extra Verhandlung, sondern es gibt halt einfach so regelmäßige Termine für den Kontrollausschuss und da steht für den 28.3. nochmal das Thema auf der Tagesordnung. Ja. Und es könnte natürlich auch sein, worst case, dass irgendwie noch, dass er aus irgendwelchem Grund auch immer noch ein zweites Spiel irgendwie drauflegen und Geldstrafe, ja. Aber da würde mir im Zweifelsfall auch wirklich die Begründung einfach fehlen. Ja, also keine Ahnung, kann den bitte jemand verhaften und für zwei Jahre einsperren? Was ist denn das für eine Verhältnismäßigkeit? Ja, Verhältnismäßigkeit und Frankfurt, da haben wir ja in der Vergangenheit schon gelernt, das passt nicht so oft zusammen, ne? Ja, lächerlich, lächerlich. Ja, also sie könnten ihn in der Tat wohl noch für ein weiteres Spiel sperren. Das wäre, wenn wir eine Runde weiterkommen, würden dann tatsächlich irgendwie das, wahrscheinlich dann das Hinspiel in der nächsten Runde, so Gott. Ey, vor allen Dingen, weißt du, diese UEFA, ne, die sollten eigentlich, sollten die jeden Tag einmal bei der Eintracht anrufen, eine Sonderüberweisung tätigen. Das ist der einzige Verein, der Stimmung und Spaß in deren Scheißwettbewerb, den eigentlich keine Sau haben will, bringt. Ja. Also da muss man, eigentlich müsste die UEFA jeden Tag anrufen und fragen, Entschuldigung, haben wir heute schon Danke gesagt? Ja, weil... Und nee, stattdessen kommt so ein Scheiß. Ja. Also... Ist echt, also... Es ist echt ein hartes Stück. Ich muss das nochmal raussuchen. Ich glaube, der Julian Franzke hatte das nochmal, wenn ich das richtig verstanden hatte, hatte das, glaube ich, auch nochmal irgendwie ein Foto aus diesem Auszug der UEFA gepostet. Ich würde das dann nochmal... Ich weiß, ich bin ignorant. Wer ist Julian Franzke? Ähm, John oder derjenige, der beim Kicker auch den Beitrag gepostet hatte. Naja, wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht? Ich, äh, ja. Genau, also es gäbe noch die Möglichkeit, ja, die Möglichkeit irgendwie für ein zweites Spiel gesperrt werden, aber da müssen dann auch irgendwelche mehr Kriterien erfüllt werden. Ich suche das nochmal raus und dann haue ich das hier nochmal in die, in die Shownotes mit rein. Ja, aber ich verstehe es halt auch nicht, weil Hütter ist halt auch nicht als irgendwie, wie du schon sagst, als der Trainer bekannt, der da an der Stelle Stein des Anstoßes ist. Also von daher, ja. Wäre es sehr, sehr lächerlich, wenn sie das irgendwie durchziehen würden. Auf der anderen Seite, für den, zu dem ganzen Mist, den wir da gerade irgendwie als Fans und Verein abkriegen, würde es ja auch fast wieder passen. Ja. So ist das. Ja, aber im Endeffekt, ne, also ich meine, kannst du nichts, kannst du nichts machen, musst du jetzt durch. Ja. Darfst du vielleicht auch gar nicht, ähm, gar nicht zu sehr thematisieren. Der Bobic, der hat da ja auch immer so ein bisschen seine eigene Art, die Dinge zu handeln. Jetzt auch diese unmögliche Spielansetzung auf dem Montagabend, vor dem Donnerstagsspiel und so. Finde ich eigentlich ganz geil, dass egal in welchen Interviews er immer so ein bisschen hergeht, das Thema runterspielt, weil wenn du so ein Thema jetzt auch zu krass aufkommen lässt, das dringt halt auch wieder in die Mannschaft. Am Ende schaden wir uns dann damit nur selber. Deswegen akzeptieren, Mund abwischen, weiter geht's, Donnerstag alles klar machen und sich nicht davon beeindrucken lassen. Egal wann ein Spiel abgesetzt, angesetzt wurde, egal wo der Trainer ist, das ist eine Riesenchance und die darf man sich durch so einen Scheiß nicht kaputt machen. Ja, genau. Da hast du recht. Mit dem 0-0 haben wir alle Möglichkeiten. Wir haben die Tür schon so einen guten Spalt aufgemacht. Wir müssen sie halt jetzt wirklich nur noch mal ganz aufstoßen und da durchgehen und dann hätten wir da auch noch mal zwei weitere wunderbare Euro-Spiele und ich sag mal so, es ist jetzt halt auch dank der Auswärtstor-Regel alles irgendwie möglich. Ja, wenn wir da irgendwie schnell mit einem Tor in Führung gehen und wir werden dann auch gleich noch über das kommende Spiel sprechen, dann geht da schon einiges. Jawohl, ja. Anderes Ding, Düsseldorf, du hast es gerade eben schon angedeutet, gestern war Montag und normalerweise ist Montag ja nicht Fußball, zumindest nicht, wenn man in der zweiten Liga spielt, aber gestern war dann doch wieder soweit. Wir durften ran in Düsseldorf, was halt noch mal irgendwie reisetechnisch doppelt blöd ist. Wir haben ein bisschen oder der Trainer hat durch rotiert, Degussmann, Touré und Paciencia durften von Dem man nicht lispelt. Ach, dem man nicht lispelt. Entschuldigung. Die durften von Anfang an dort auf dem Platz stehen. Hasebe, wie gesagt, mit Maske von Anfang an hat dann irgendwann in der vierten Minute entschieden, dass das Ding irgendwie mehr stört als hilft und hat sich das Ding vom Gesicht genommen. Genau, Hasebe hat Sido gemacht. Irgendwann ist halt einfach mal Schluss mit Maske. Irgendwann ist irgendwann mal Schluss mit Maske, genau. Ich fand die erste Hälfte schwierig, auch da wieder, weil wir auch so ein bisschen, wir waren sehr konteranfällig. Die Düsseldorfer haben irgendwie extrem viel Gas gegeben und wenn dieser Schiri nicht irgendwie zu schnell gefiffen und abseits vielleicht nicht korrekt oder doch korrekt gewesen wäre, dann hätten wir da nach einer guten paar und 40 Sekunden schon da irgendwie das erste Gegentor kassiert. Also das war ein Start, wo ich so kurzfristig gedacht habe, Alter, das fängt nicht gut an. War auch nicht gut. Also was du halt mal sagen musst, Düsseldorf hat halt schon einen krassen Lauf. Das kriegt man irgendwie, kriegt man das gar nicht so mit. Ich habe mir so ein paar Statistiken sind ja so über den Äther geflattert vorher. Was ich nicht wusste, ist, dass Düsseldorf nach dem 5-1, nach der 5-1 Klatsche gegen uns genauso viele Punkte, nee, einen Punkt weniger gesammelt hat, wie wir. Genau. Und das zeigt halt eigentlich, dass die schon krass unterwegs sind. Die hat man so nicht richtig auf dem Schirm, weil sie halt durch die ersten Desaster-Spiele noch voll unten drin hängen. Und dann passiert halt immer das Gleiche. Hängst du unten drin, sind die Schiri-Entscheidungen gegen dich. Die Eintracht hat es dieses Jahr endlich mal so, dass es auf der Positivseite sind. Kaum sind wir halbwegs oben mit dabei, fallen halt auch die Entscheidungen für uns. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Es ist am Ende des Tages tatsächlich so, dass der Schiedsrichter eher für die besseren Vereine pfeift oder nicht. Aber es ist halt einfach so. Und das Glück war auf unserer Seite. Klar, am Ende des Tages haben die TV-Bilder bewiesen, dass alle Entscheidungen richtig waren. Aber ganz ehrlich, wenn er das Handspiel vom Lukobakio nicht gesehen hat, da kannst du mir nicht erzählen, dass er gesehen hat, dass der letzte berührte Punkt, der ja wirklich hauchzart berührt war, vom Lukobakio ausging. Also, dass der mit seinem Fuß noch da dran war. Das ist ja schon, das ist ja schon, ja, also, das siebte TV-Bild und das hat er gesehen. Also, wie auch immer, am Ende war es richtig. Er hat es auch richtig erklärt. Ich fand es auch tatsächlich ganz geil bei, hier, Dings, Eurosport, war er halt hinterher nochmal zum Interview, hat sich den Fragen da auch nochmal gestellt, hat er echt souverän gemacht, der hat es gut erklärt. Ich kann aber auch voll verstehen, dass der Friedhelm ausgerastet ist, das war halt schon, ja. Ja, zumal, das halt wirklich auch der Fakt ist, dass er halt, das hat er ja auch zugegeben und sich im Nachhinein dann auch dafür entschuldigt, einfach zu schnell gepfiffen hat. Also, das ist ja auch so, normalerweise lässt du das Ding ja nochmal laufen, bis der Ball halt irgendwie dann im Tor ist oder auch nicht, damit du halt dem Video-Assistent-Referee dann noch die Möglichkeit gibst, okay, das hätte dann am Ende wahrscheinlich auch keinen Unterschied gegeben, weil die hätten sich dann ja wirklich nochmal im Detail angeguckt. Genau, dann hättest du halt den Beweis per Fernsehbild gehabt, dann hättest du dich nicht darauf verlassen müssen, auf das, was der Schiri gesehen hat oder auch nicht gesehen hat, dann hättest du es halt ein bisschen sicherer gehabt, aber ich fand eigentlich auch okay, dass der Schiri, der ist ja wohl in der Halbzeitpause da hingegangen zu den Düsseldorfern, hat gesagt, hier, ja, habt ihr recht, ich hab ein bisschen zu früh gepfiffen, dafür sich entschuldigt, aber seine Entscheidung weiterhin verteidigt, dass das jemand auf der anderen Seite gern anders versteht, kann ich auch verstehen, würde ich als Düsseldorf-Fan genauso, ich hätt mich genauso aufgeregt und am Ende des Tages ist es halt auch einfach kacke, es ist halt unglücklich gelaufen, hätten wir da das 1-0 kassiert, wer weiß, wie das Spiel ausgegangen wäre, weil Düsseldorf echt sauber gestanden hat, die haben ein gutes Spiel gemacht, die haben in den letzten Minuten einfach die Konzentration verloren und das war dann die Chance, wo wir uns zu Tore gemacht haben. Ja, ich mein, Düsseldorf, muss man halt echt dazu sagen, sind jetzt keine Gurkendruppe, die haben auch in den letzten Spielen, gerade mit Kontern, die haben extrem schnelle Außen- und Stürmer, die, gerade wenn du so ein Tor hast im Hintergrund und weißt, dass der Gegner jetzt anfangen muss, hier irgendwie das Spiel zu machen und dir noch mehr Räume aufmacht, das ist glaube ich etwas bei Düsseldorf, was sehr, sehr tödlich enden kann, wenn du das nicht richtig irgendwie verwaltet bekommst. Ja. Ich fand, so in Summe, Hinteregger hatte so ein bisschen ein schwieriges Spiel, der hatte so ein paar knifflige Situationen, auch im Strafraum, wo du vielleicht auch gemerkt hast, dass er so ein bisschen ein Päuschen braucht, ob er diese gelbe Karte da dann am Ende irgendwie kriegen muss, weiß ich nicht. Ja, aber das fand ich, der hätte an der Stelle auch vielleicht dann so ein bisschen ein Päuschen verdient, wenn wir denn dann noch weitere Alternativen in der Abwehr hätten. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dass Touré mir unheimlich gut gefällt da hinten drin. Ich erinnere mich noch sehr gut an diese eine Szene, wo sowohl Hinteregger als auch Hasebe und zwei Düsseldorfer versuchen, sich so gegenseitig den Ball wegzunehmen und dann kommt auf einmal Touré da rein, stellt einfach mal von oben den Fuß da auf den Ball, so nach dem Motto, ey, jetzt ist hier mal Ruhe, Jungs. Also die Aktion fand ich grandios. Ja, auch nach vorne hin, Also der geht voll mit vorne rein, der sucht die Lücken, also der gefällt mir auch extrem gut. Ich finde, wir sind halt sowieso gerade in der Innenverteidigung mit dieser Dreierkette, ist obergeil. Also so gut aufgestellt waren wir, glaube ich, ich bin ein großer Hinteregger-Fan, das ist ein grandioser Transfer gewesen, den zu holen. Du hast recht, der hat gestern Abend hart an der Grenze gespielt, ich weiß nicht, ob das da dran liegt, dass er eine Pause braucht oder dass halt einfach auch viele Szenen wirklich auf Messers Schneide standen, weil es da auch um Millisekunden geht, wann jemand wo ist. Das Handspiel muss man auch sagen, gibt auch Situationen, wo sowas gefiffen wird. Aber das ist schon geil, gut, ein Dicker macht die ganze Saison schon ein geiles Spiel, mit Hinteregger hast du jetzt noch eine Alternative mit drin, wenn Abraham wieder fit ist, ist es geil, also mir gefällt es halt auch, ich weiß, dass das Hütters nicht präferierte Variante ist, weil Hasebe schon so alt ist, aber mir gefällt es richtig, richtig gut, wenn du hinten in der Innenverteidigung mit einem Dicker, Hinteregger, Abraham spielst und dann auf der Sechs einen Rode und einen Hasebe hast. Da hast du hinten einfach nur intelligente Spieler, auf die du dich verlassen kannst, die alle einen feinen Fuß haben, die alle eine Spieleröffnung machen können. Du bist beim Aufbau so unberechenbar, ich find's so geil, wo haben wir denn so gespielt? Das war, war das, war das das Hinspielen gegen Inter? Oder, nee, das war gegen Donetsk. Ich glaub, Donetsk war das Spiel, wo wir so gespielt haben, weil da Abraham gerade noch so fit geworden ist, fand ich richtig geil, das war, ich glaube, wäre meine, meine Lieblingsaufstellung. Aber Hasebe alt, Hasebe nicht mehr so oft Spiele sechs. Ja, wobei, also wie gesagt, Hasebe ist zum zweiten, in der zweiten Saison in Folge ist er für mich ganz klar der, also da kann jetzt auch nicht mehr viel passieren, ist er für mich der Spieler der Saison, mal wieder. Ja, wobei er da, was der teilweise einfach wegmacht, durch Situationen irgendwie anzunehmen, vorauszusehen, krass, äh, echt Weltklasse der Typ. Wobei er hart gefolgt ist für mich, sowohl von Danny Da Costa, als auch Kostic, die auch in den Spielen wieder extrem viel gelaufen sind und vor allen Dingen auch Da Costa, wenn du überlegst, der hat seit dem, was war es, 22. 23. Spieltag der letzten Saison, quasi konsequent immer in der Startaufstellung gestanden. Ja, wobei, also Da Costa ist für mich so, das ist schwer zu vergleichen, Da Costa ist so jemand, der steht da mit einer Schaufel und muss ein Loch ausgraben und der gräbt und gräbt wie ein Wilder und hört einfach nicht auf, bis das Loch fertig ist. Eine Viertelstunde, bevor der fertig ist, kommt dann Hasebe, guckt sich die Situation an und sagt, ich brauche ein Loch, ich habe daneben einen Bagger, ich hebe den aus und beide gehen irgendwie weg, beide haben ein Loch gemacht, der eine hat sich tot geschuftet und der andere hat dann einfach den Bagger genommen, der nebendran steht und hat die Situation souverän gelöst. Das ist so, also du kannst es halt nicht so richtig vergleichen. Ja. Weil, also der Costa, der rennt sich halt die Lunge aus dem Hals, manchmal mit mehr Erfolg, manchmal mit weniger, aber was so ein Hasebe macht, das ist halt einfach so clever teilweise. Gegen Düsseldorf hat er jetzt auch ein paar Situationen gehabt, wo er ein bisschen, haha, Wortwitz alt aussah, haha. Ähm, aber gut, mit einer gebrochenen Nase darf man das auch mal, aber ansonsten hat er halt echt geile Szene dabei. Ja. Ja, aber ich glaube, du brauchst halt auch wirklich beide, äh, Formen von, von Spielern, den einen eben hinten in der Abwehr, der viel, oder auf der, auf der Sechs, der viel halt mit Übersicht und, äh, Spielverständnis und der feinen Klingel irgendwie weg macht und auf der Außenbahn halt wirklich einfach den, der konsequent, da die Linie hoch und runter rennt. Also diese, diese Mischung macht's halt am Ende dann einfach auch aus. Voll und ich glaube, das ist halt auch das, was uns im Moment ausmacht. Wir haben halt eine richtig geile Mischung. Wir haben halt Spieler, die, äh, in Fernandes zum Beispiel, das ist ja jetzt auch kein, äh, kein feiner Fußballer oder, oder jemand, wo du sagst, oh, der hat ein paar Sachen mit dem Ball drauf. Also das ist ja auch eher Kategorie, äh, ich geh mal dazwischen. Aber das brauchst du halt einfach auch mal. Ja, also das ist eher so das gleiche Bein. Ich finde, das ist halt, genau, das ist halt das, was die Eintracht richtig, richtig gut hinbekommen hat, diese Mischung zwischen. Da ist der eine, der dazwischen geht, da ist der andere, der einen schönen Pass spielen kann. Da sind vorne Leute, die wissen, wo das Tor steht. Hinten sind Leute, die in der Innenverteidigung mal mit Härte, mal mit Cleverness spielen. Also ja, ich weiß ja gar nicht, wohin mit meinem ganzen Lob. Ähm, ja, wer schon eher so mit dem Ball umgehen kann, ist, äh, Gonzalo Parthencia, den man nicht lispelt. Ähm, der auch hier ein Tor gemacht hat und es war eigentlich die exakte Kopie des letzten Tores. Also wieder Hoffenheim. Flanke auf den zweiten Pfosten. Er ist total, er wird ja quasi übersehen da hinten und springt. Ja, weil er sich halt, genau, also sein Gegenspieler, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, guckt sich noch nach ihm um, dreht den Kopf weg und in dem Moment löst er sich einfach, läuft hinten in die, an den langen Pfosten dran und dann war es einfach nicht mehr zu verteidigen. Also das hat er halt echt clever gemacht, sich da in der richtigen Sekunde wegzustehlen und dann war einfach keiner mehr bei ihm und dann kriegst du das, das kriegst du auch nicht mehr weggebügelt, wenn du nicht im richtigen Moment losläufst und dann hat er es einfach geil gemacht. Aber ja, das ist halt auch einfach, du hast jetzt einfach ganz viele Möglichkeiten, du hast mit, du hast mit Rebic und Jovic so ein bisschen die, die ähnlichen Spielertypen und du hast halt jetzt zusätzlich zu Haller mit, mit Pacencia auch noch jemanden, der einen Ball halten kann. Ja, nicht nur halten kann, hast du gesehen in der, in der einen Situation, wo er den Ball annimmt und dann quasi sich da nicht irgendwie mit Körper, sondern mit, mit Spielverständnis und mit, mit Trick dann da einmal um den Ball dreht und tunnelt und dann da die zwei Düsseldorfer alt aussehen lässt, also der kann halt auch richtig geil mit dem Ball umgehen, wenn der mal ein bisschen mehr verkauft hat. Also bei dem sieht es halt so ein bisschen durch die langen Beine, ich war mir gar nicht so sicher, ob das Absicht war oder ob da einfach der Zufall den Ball vom linken Bein ans rechte Bein gespielt hat und auf einmal war er doch wieder bei ihm. Nee, 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 nee. Also ich glaube schon, also der hatte auch in dem Hoffenheim-Spiel so ein paar Ansätze, der kann halt echt auch mehr mit dem Ball. Ich war am Anfang auch überlegen, am überlegen, ob das jetzt eher so aufgrund seiner Körperstatur jetzt gewollt oder Zufall war, aber ich glaube schon, dass das sehr klar die, 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 die DFL, die Absicht gewesen ist. Also der ist halt richtig gut. Das kommt davon, wenn man liest und redet. Ja, ja, ist richtig. DFL, genau. Ja. Ja, hören Sie auf, diesen Chat zu lesen. Sprechen Sie mit mir. Ja, mache ich. Also, ja, es stimmt, wir haben halt einfach, wenn du in der Offensive überlegst, wir haben einen Haller, wir haben einen Rebic, wir haben einen Jovic, wir haben jetzt Passiens, ja, wir haben Kostic. Und dann berühst du mich mit Alex Mayer-Fußballgott oder was? Ja. Was ist denn los mit dir? Ja, es ist, musste. Wir haben einen Kostic, der da noch irgendwie rumrennt. Wir haben einen Gacinovic dahinter, den du halt, den du halt nur sagen musst, so, hier, ein großer weißer Kasten, da nix reinlaufen, von draußen schießen, alles fein. Gib dem Ballwind anders. Ja, also, da ist halt einfach so viel in der Offensive und gleichzeitig auch in der Defensive, dass es halt einfach echt großartig ist. Ja, Bombe. Bombe. Passiens, ja, der muss einfach nur mal auf seinen Füßen auch stehen bleiben, ne? Also, der sitzt ja mehr auf dem Arsch, als dass er steht. Ja, vielleicht ist das... Weil er das falsche Schuhwerk trägt, aber der, äh, ich weiß nicht, ob er da jedes Mal einen Faul schinden will, das, äh, müsste man... Ja, vielleicht ist es einfach Spielpraxis oder wie du wirklich sagst, einfach, dass er aufgrund seiner, seiner Statur da auch irgendwie noch nicht so richtig in den, ähm, in den, in, in, in dieses deutsche Spiel da irgendwie reingefunden hat, weil so viele Einsätze hatte er ja jetzt auch noch nicht. Wobei man halt auch auf der Gegenseite sagen muss, für jeden Einsatz, den er hat, hat er irgendwie ein Tor. Ich glaube, im Verhältnis so Spielzeit zu Toren ist er halt unangefochten auf Platz 1 in der Mannschaft gerade. Ja. Ja, ist halt auch geil, ne? Also, ist auch eine geile Story. Kommt, neues Land, neue Liga, verletzt sich, unglücklich, macht, trainiert mit, ist in der Mannschaft, aber aus irgendeinem Grund voll integriert, kommt rein und macht genauso Tore wie alle anderen. Also, wenn's läuft, läuft's halt. Was willst du denn sagen? Besser nix, sonst fällt's nachher nach einem auf. Wobei man auch dazu sagen muss, und das war so ein bisschen das Manko für mich an der zweiten Hälfte, dass wir wieder so Phasen hatten ab der 65. bis hin so zur 80. 85. Minute, wo ich wieder fand, dass wir so ein bisschen ja vom Gas gegangen sind und so ein bisschen in so einen Träumermodus geschaltet haben. Da gab's wieder so Situationen, wo wir unnötig irgendwie den zweiten Ball verloren haben, wo wir Fehlpässe gespielt haben und wenn das Düsseldorf da einfach auch clever runterspielt und dieses 1-1 irgendwie macht, dann sieht's halt auch wieder irgendwie ganz anders aus. Also da waren wir auch nicht so konsequent genug, vielleicht waren wir da schon auch gedanklich als Mannschaft zu sehr an dem Rückspiel mit Inter irgendwie dran, aber da waren wieder so diese Schlendrian-Momente dann irgendwann in der zweiten Hälfte drin, die wir, wie ich finde, zu oft in den unterschiedlichsten Spielen irgendwann sehen. Okay. Fand ich jetzt gar nicht so. Also ich hab's nicht auf den Schlendrian geschoben. Für mich war halt einfach, Düsseldorf hat halt ein bombenstarkes Spiel gemacht und da waren halt, da waren halt einfach, wenn du halt gegen eine starke Mannschaft spielst, da kannst du nicht alles wegverteidigen. Da passieren, Fehler passieren dir immer und Düsseldorf hat's halt echt gut gemacht. Die sind nicht umsonst da unten aus der Abstiegszone jetzt raus. Die haben viele Punkte, die haben nicht umsonst gegen Schalke auch 4-0 weggehauen. Ich glaub, die haben halt einfach stark gespielt und dann passieren halt auch Fehler und das Gute ist halt, dass du dann hinten auch eine gewisse Sicherheit hast. Ich meine, der Trapp, der hat ja auch den einen oder anderen dann noch ganz gut gehalten und jetzt mal den Schlendrian wieder weggewicht, weil ich glaub, das ist halt dann der Beweis, dass das Spiel gegen Inter noch nicht in den Köpfen drin war, weil wenn du Inter im Kopf hast, dann machst du halt nicht in 5 Minuten Nachspielzeit einfach noch 2 Tore, weil dann wartest du halt, bis die Uhr abgelaufen ist, führst 1-0, versuchst das Ding noch über die Zeit zu retten, aber nee, dann kommt Haller und macht einfach mal den Dribbelkönig im 16er. Ich muss echt sagen, ich hab die Luft angehalten und hab hier schon gesessen und mir gedacht, Alter, was machst du, mach doch jetzt rein, aber im Nachhinein halt schon geil, also was ein abgewichster Typ. Also, das war halt echt, daran merkt man in der Tat, da hast du recht, dass zumindest bei Haller dieses Spiel dann noch nicht so ganz im Kopf war, da halt einfach nochmal da durchzustarten und da diese zwei Dinger zu machen und eins macht er ja kaltschnurziger als das andere, also der ist ja sowas von eiskalt da vor dem Tor, dem kann ja nichts irgendwie erschrecken. Ja, also das 2-0 war echt, war echt Killer. Also, das ist mega, mega. Und dann erst, erst die Killermaschine und dann hinterher zur Kamera gelaufen und der Mutti zum Geburtstag gratuliert. Ja. Ja. Killer, aber denkt als erstes an die Mama. Ja, so gehört sich das doch, glaube ich, auch, oder? So muss es sein. So muss es sein. War ja hier Weltfrauentag, da kann man auch mal der Mama gratulieren. Ja, Und damit hat er jetzt in Summe, dann nachdem er das 3-0 dann noch gemacht hat, hat er jetzt 14 Tore, Luka Jovic hat 15, Rebic hat auch schon 8. Also, ja, ich glaube, wie wir schon ausgeführt haben, in der Offensive mit, ich glaube irgendwie, was haben wir geschossen, 50 Toren in der Liga, dürfen wir uns gerade jetzt echt nicht beschweren. Ja, das Geile ist vor allen Dingen, ich kann mich da gar nicht dran erinnern, das ist schon mal so wahr. Nee, ich auch nicht. Da hatte ich noch Windeln an. Ja, aber selbst dann kannst du dich wahrscheinlich nicht dran erinnern. Nee, erinnern, also aktiv dran erinnern, kann ich mich nicht. Ja. Da haben wir jetzt die drittbeste Offensive, was geschossene Tore angeht, hinter Bayern München und Borussia Dortmund. Unbelievable. Vor allen Dingen, das Geile ist ja auch, also, auch wenn wir so ein bisschen, klar, so kommen diese Erfolgsfans jetzt auch so ein bisschen aus ihren Löchern gekrochen, aber es ist halt auch einfach im Moment ziemlich geil, Eintracht-Fan zu sein, weil so vor ein paar Jahren wurde es halt immer noch belächelt, ah ja, was, bist du Eintracht-Fan? Ja, läuft ja gerade nicht so, ne? Ah ja, hab das gerade mal wieder geschafft, ein bisschen Unruhe bei euch, ah ja, mit dem Bruchhagen und so, ist ja gut für euch, dass der Geld zusammenhält. Da musstest du dir ja auch echt alle Scheiße anhören und mittlerweile, egal wo du hinkommst, ist ja jeder, ah, was, Eintracht-Fan? Ja, bei der Eintracht ist ja gerade super, ne? Also, es macht halt auch einfach Spaß. Ja, also allein, wenn man auf Twitter irgendwie die ganzen Kommentare von, von Fans anderer Vereine irgendwie liest, für die Choreo, für das, was wir da gerade eben spielerisch, sowohl in der Liga als auch international irgendwie abfeiern, ist halt einfach dieses, ähm, diese, dieser positive Blick auf diesen Verein ist echt grandios. Ja, das macht echt sehr viel Spaß gerade. Das ist richtig. Ja, damit, äh, Düsseldorf dann auch rum, ähm, mit klaren drei Toren, klaren drei Punkten, wichtig für uns in der Tabelle und jetzt heißt es dann irgendwie vollen Blick voraus auf den Donnerstag, 21 Uhr Auswärtsspiel in Milan, in Mailand und das wird jetzt dann eine ganz andere Nummer. Fernandes ist, äh, gesperrt nach seiner gelben Karte im Hinspiel, die dritte gelbe Karte. Sitzt, äh, oben bei Hütter. Sitzt neben Hütter. Oder müssen, müssen die zwei getrennt voneinander sitzen. Ja, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, da in den Statuten steht ja nur Spieler, da steht ja nicht irgendwie am Spiel beteiligte Spieler, also, äh, maybe müssen sie irgendwie in getrennte Zimmer, wer weiß es. Vielleicht sitzt Rebic nebendran oder auch nicht, das ist ja auch noch so ein bisschen die Frage, ähm, der wurde ja dann auch heute zurück von dem, von dem Spezialisten erwartet, ob er jetzt spielen kann oder nicht, ist weiterhin unklar. Mein persönlicher Tipp. Der würde uns, der würde uns extrem gut tun. Ich finde, dass bei Mailand in der zweiten Hälfte gemerkt, dass die es überhaupt nicht leiden können, dass, ähm, dass sie, hoch angelaufen werden, wenn du die früh attackierst, wo der Rebic hier einfach prädestiniert für ist, wo es der einfach in Perfektion macht, sind die hinten in der Innenverteidigung, wir haben es zwei, dreimal in der zweiten Halbzeit gemacht, sind die sofort unsicher geworden, hatten keine Lösungen parat. Also, ich glaube, ein Rebic würde dem Spiel extrem gut tun, auch wenn ich der Meinung bin, dass er immer noch nicht bei 100% seiner Leistungsfähigkeit angekommen ist. Das ist noch so ein kleiner Wackelkandidat, ist schon deutlich besser auch alles geworden, aber, ähm, ich würde mich freuen, wenn der, wenn der auch nur, wenn er auch nur eine Halbzeit mit rein könnte, wenn das irgendwie klappen würde, weil ich glaube, dass das, dass das dem Spiel richtig, richtig gut tun würde. Ja, aber es ist für mich halt wirklich ein großer Wackelkandidat in dem Spiel, weil ich glaube, gerade, wie du schon sagst, er war vorher, macht er so den Eindruck, als wenn er noch nicht so bei 100%, sondern noch irgendwo so bei 95, 96, 97% ist und die Frage jetzt nach der Verletzung, wie fit er da jetzt ist, also, Ja, Hübner hat es ja heute in irgendeinem Interview auch gesagt, dass es extrem eng ist und dass er nicht daran glaubt, dass es irgendwas wird und, ja, so Wasser im Knie geht halt auch nicht von heute auf morgen wett, da kann er zum Wunderheiler gehen, wie er will. Ja. Ja. Auf Interseite sind Asamoah und Martinez, den man wahrscheinlich auch nicht lispelt, ebenfalls beide mit der dritten gelben Karte im Hinspiel belegt worden und dürfen dementsprechend auch nicht ran, jetzt weiß ich gerade nicht auswendig, im Hinspiel hat ja hier der Belgier auch nicht gespielt. Naingolan, ob der jetzt für das Rückspiel wieder ran darf, der war ja, glaube ich, auch verletzt, also, ja. Sollen bringen, wen sie haben. Könnte nochmal. Also dafür kenne ich halt auch die Spieler, ich interessiere mich in der Regel nicht für italienischen Fußball. Ich finde es geil, dass wir gegen italienischen Verein jetzt nochmal kommen, zumal es auch einer ist, der uns das mit den Karten erleichtert hat, aber ansonsten ist tatsächlich für mich die italienische Liga so weit weg wie kaum eine andere in Europa. Ja, also für mich auch, ich gucke, wenn international, dann gucke ich tatsächlich mehr spanische und England, Spanien, als da jetzt tatsächlich italienische. Also da gibt es jetzt irgendwie kein Verein, der mich wirklich interessiert und ganz ehrlich, seitdem Cristiano Ronaldo in der italienischen Liga spielt, interessiert es mich noch zweimal weniger. Ganz ehrlich, mich interessiert noch nicht mal mehr Cristiano Ronaldo. Ja, der hat mich noch nie wirklich interessiert, aber das ist ein anderes Thema. Ja, da sind wir glaube ich in anderen Unternehmen Sphären. Ja, aber von daher könnte das dann auf jeden Fall im Rückspiel nochmal spannend werden, wie da so die Aufstellungen sind mit dem 0-0 im Hinspiel. Da haben wir jetzt keine so schlechte Ausgangslage. Wir müssen halt Tore machen. Also, worauf ich echt null Bock hätte, wäre, wenn das Ding nachher irgendwie in Verlängerung und Elfmeter schießen oder irgendwas geht, weil zu sehr strapazieren will ich das Thema Glück dann da auch nicht. Ne. Was wäre denn da? Ja? Ich glaube auch nicht, dass uns ein frühes Tor gut tun würde. Ich glaube tatsächlich, dass umso länger wir auch da wieder die 0 halten, umso besser ist es. Eine solide erste Halbzeit spielen, nichts zulassen und in der zweiten Halbzeit ein bisschen Gas geben, weil dann muss einfach Inter in der zweiten auch umstellen, weil die müssen dann aufmachen, die müssen das Spiel irgendwie gewinnen, die müssen Räume geben und dann kommen wir auch zu unseren Chancen und ich glaube, darauf müssen wir halt warten. Ja, die spannende Frage ist halt wirklich, wie wichtig Inter dieses Pokal-Euro-League-Thema ist. Da hat man ja immer so ein bisschen das Gefühl, dass die Mannschaften, die sich eigentlich wirklich eher als so Champions-League-Mannschaften sehen, da nicht so unbedingt den Fokus irgendwie drauf haben. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich versuche das gerade nochmal nachzugucken, spielen die am darauf folgenden Wochenende, also an dem Wochenende jetzt nach dem Donnerstag, was ja das kommende Wochenende ist, spielen die dann nicht auch gegen den Stadtkonkurrenten? Genau, die spielen gegen AC. AC. Was man wahrscheinlich auch nicht lispelt. Was man wahrscheinlich auch nicht lispelt. Am Sonntag. So, und von daher ist halt wirklich die Frage, wenn denen das Ding irgendwie nicht so wirklich wichtig ist und die nach einer Halbzeit feststellen, so nach dem Motto, ey, hier geht gerade nichts und wir müssen jetzt hier irgendwie Kräfte rausballern, die irgendwie nichts, für nichts gut sind und haben vielleicht wirklich im Hinterkopf so nach dem Motto, wir spielen am Sonntag gegen den Stadtkonkurrenten, ob das Ich weiß nicht, am Ende des Tages sind es ja alles Sportler, ne? Also, auch wenn es nicht so ultra wichtig ist, es geht doch keiner aufs Feld und verliert irgendwie freiwillig, zumal es da ja auch um ein bisschen Geld noch geht. Also, ich glaube nicht, dass wir darauf herhoffen sollten, dass Inter das nicht ernst nimmt. Ich glaube, die werden im Vergleich zum Spiel in Frankfurt vielleicht sogar noch eine Schippe drauflegen können. Deswegen, ähm, Ja, also, ja, kann sein, wobei man halt, ich habe mir jetzt gerade eben die Tabelle nochmal angeguckt, die Tabellenkonstellation halt auch sehr eng für die ist. Die stehen auf Platz 4 mit 50 Punkten, davor AC mit 51 Punkten und von hinten kommen die AS Rom mit 47 an, also die sitzen halt da auch eng irgendwie drin. So. Ja, mag sein, dass es vielleicht im Unterbewusstsein mitspielt und uns in die Karten spielt, aber darfst du nicht drauf hoffen, du musst da hinfahren, Inter muss dir scheißegal sein, du musst eine Bude machen und das Ding ist durch. Ja. Ja, und ich glaube, dass vielleicht ist sogar der Faktor, den wir vorhin lang und breit besprochen haben, dass der Trainer einfach da, ähm, nicht an der Seitendinie steht, auch nochmal so ein bisschen Push für die Mannschaft, weil du dann natürlich ganz klar sagen kannst, so und jetzt spielen wir es halt wirklich für den Trainer, da nochmal extra so ein bisschen 5% mehr Motivation da irgendwie rauszukriegen. Ja, vor allen Dingen, weil es halt wieder, weil es halt wieder auch ein Heimspiel in der Ferne wird, ne? Also, das ist halt auch nochmal, aber das ist halt auch was, ey, das ist so bitter, ne? Also, da fährst du da hin, bringst 14.000 Leute mit, selbst wenn bei uns ein Gegner 14.000 Leute mitbringen würde, wäre das immer noch unser Stadion und da ist es halt einfach so, das Stadion ist halb leer und wir sind die größte und lauteste Fraktion, das ist, also ich weiß, was machen die Leute aus diesem Sport? Kann da bitte mal jemand drüber nachdenken, ey? Das muss doch, das muss doch, ja. machen sie doch, sie machen doch eine Club-WM mit 24 Mannschaften, dazu kommen wir später noch. Ja. Ja. Ja, aber hast schon recht, es ist einfach, also, es wird für uns wieder definitiv ein Heimspiel werden, ich glaube auch nicht, dass von den heimischen Fans da jetzt irgendwie so viele da sein werden, das wird extrem voll, das wird extrem laut werden, das wird halt einfach wieder eine grandiose Stimmung und allein das wird die Mannschaft schon irgendwie nach vorne bringen und nach dem, was ich verstanden habe, die sind auch einfach sieges- und europa-hungrig, die wollen da nochmal eine Runde mitnehmen und wenn du diese Chance jetzt gerade hast, dann wirst du das auch als Mannschaft da kollektiv irgendwie wahrnehmen und da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass so Spieler wie ein Trapp, ein Hasebe da durchaus die Worte in der Kabine finden vor dem Spiel, aber auch in der Halbzeitpause, die die Jungs da nochmal ganz ordentlich nach vorne peitschen werden. Das ist halt auch das Geile, also du siehst halt jedem, der aufs Feld kommt, auch einfach anders, dass er Bock hat und das ist halt auch, ne, also keine Ahnung, da hat halt gerade jeder vom kleinsten Fan über den Spieler bis hin zum Trainer, Hübner, Bobic, den merkst du halt, jeder hat Bock auf diesen Scheiß und ich glaube, das ist was, was extrem weit tragen kann. Ja. Was ist denn jetzt unsere Idee für die Aufstellung, nachdem ja Fernandes nicht spielen kann und Rebic, Fragezeichen, ich glaube, Hasebe, dem könntest du die Nase aus dem Gesicht reißen, der würde trotzdem noch irgendwie aufs Feld laufen, das ist dem sowas egal. Abraham fit? Ja, nein? Ich glaube, ist noch Wackelkandidat, also würde ich jetzt, sehe ich jetzt Wackelkandidat. Ich habe ja eben schon mal kurz gesagt, also ich finde es halt extrem geil, wenn du mit Dika, Hinteregger, Abraham in der Innenverteidigung spielst, Hasebe eins nach vorne auf die Sechs ziehst, finde ich Bombe. Ich weiß nicht, ob ich es genauso Bombe finde, wenn wir das mit Dika, ach ne, Touré darf gar nicht spielen, Touré darf nicht spielen, dafür haben wir Chandler nominiert. Ah ja, Chandler, Bombe. Ja, ja gut, wenn du halt einen Deutschen noch brauchst, dann kannst du halt nicht den Touré nach nominieren. Ja, nicht nur Deutsch, sondern da war auch der Faktor mit, ähm, Eintracht ausgebildet. Ja, korrekt. Ja, genau, also da sind wir auch sehr dünn besetzt, wobei ich hätte halt gedacht, dass mit Hinter, ah ja gut, Hinteregger Österreicher, kein Deutscher. Hinteregger Österreicher. Ja. Rode dazugekommen. Ja. Ja. Naja, gut. Ähm, wie stellen wir denn dann auf? Kein Touré, kein Abraham. Kein Touré, kein Abraham. Und da waren sie wieder unsere drei Probleme. Also ich glaube, für die Abwehr läuft es dann halt auf das Offensichtliche irgendwie raus. du wirst ein Indika. Simon. Nein. Wie nein? Ja, Indika, Abraham und. Na, Abraham haben wir gesagt, ist nicht. Ähm, äh, Indika, Hasebe, Hinteregger. Hinteregger, ja. Also was anderes? Irgendwie in der Stoff der Sechs spielen? Ja, da waren sie wieder meine drei Probleme. Also wir haben auf jeden Fall den Kostic und wir haben auf jeden Fall auf der gegenüberliegenden Seite den Dacosta. Die kriegen wir auch nicht tot. Ich wollte gerade sagen, Dacosta, der läuft nach der Saison, läuft der noch. Bei dem musst du auch irgendwann mal so Schilder hochhalten, ne, wie bei Forrest Gump. Ich könnte mir auch, ich könnte mir auch vorstellen, dass der gar nicht irgendwie mit dem Flieger nach, nach Mailand runter, sondern dass der quasi einfach von Düsseldorf aus direkt losgelaufen ist und jetzt schon seit zwei Stunden da unten ist und noch eine Runde trainiert. Ja, also das wäre auch ohne weiteres noch irgendwie drin. Aber wen haben wir denn da noch? Also ich bin ja, ich bin ja von Hasebe auf der Sechs noch gar nicht so weit weg. Und ganz ehrlich, hinten zum Weghauen ist der Falet, der kann einen Ball auf die Tribüne trechen. Ja, der trecht halt im Zweifelsfall auch den Spieler noch mit. Passt, passt. Die Italiener fliegen leicht. Also ich würde, ich würde hinten tatsächlich mit Falet, Hinteregger und Ndika spielen. Ich könnte einen Rechtsfuß da gebrauchen. Ist jetzt auch ein bisschen doof. Aber gut, ist halt so, weil ich finde Hasebe auf der Sechs extrem wichtig, weil du brauchst halt einen defensiven. Du hast mit Rode jemanden, der eher offensiv denkt. Der eher nach vorne geht, ja. Genau. Der Guzman ist genauso eher der nach vorne Gänger. Deswegen hätte ich Hasebe gerne auf der Sechs und da fehlt mir einfach die Alternative. Du hättest eventuell noch einen Stenderer, der aber auch eher so der Achter ist. Ja. Ja. Deswegen wäre für mich, genau, Falet, die Option für die Innenverteidigung und Hasebe eins nach vorne gezogen auf die Sechs. Wenn, ja. Ja. Ich überlegte gerade, ob wir in unserem 3, 4, 1, 2 System Was das denn sind? 3, 4, 1, 2, ja doch. System überhaupt bleiben oder ob das nicht dann tatsächlich die Variante ist und in ein in ein 4, 4, 2 umzustellen. Du würdest hier halt eine Sorge nehmen, weil du brauchst halt nur zwei Innenverteidiger. Ja, aber ich glaube, ich glaube, das, ne, das würde mir nicht gefallen. Also ich würde, ich würde, ich würde Falet mit reinnehmen. Ja, ich kriege da so ein bisschen, so ein bisschen Schnappatmung, weil ich mich noch an, welches Spiel war das, wo Falet in der Innenverteidigung so als verkappter rechtsaußen irgendwie da gespielt hat, wo ich dann irgendwie immer Schiss hatte, wenn der ins Laufduell gehen musste. Das ist noch gar nicht so lange her. Aber ich habe es schon wieder so halb verdrängt. Naja gut, du hast halt, du hast halt davor, äh, du hast halt davor auch, äh, 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 ein Rode und ein Hasebe, die hoffentlich so viel abfangen, dass, dass so viele Laufduelle am Ende des Tages nicht übrig bleiben. Ja. Ja. Ich lasse mich überraschen, was, äh, ein Adi Hütter mit Verstand da draus macht. Mein, äh, mein Fanherz würde sich das wünschen. Ja. Der hat jetzt in irgendeinem Interview auch irgendwie, äh, zum Thema, ähm, Hasebe gesagt, äh, weil er ja auch irgendwie gefragt wurde, und Hasebe trotz kaputter Nase, äh, gespielt. Und er hat da auch mit dem Spieler gespielt und er hätte gefragt, äh, mit dem Spieler gesprochen, genau, er hätte gefragt, ob er, äh, ob er fit ist. Und da hat er wohl irgendwie gesagt, Trainer, wenn ich jetzt drei Spiele auf der sechs spielen müsste, dann würde das wohl nicht gehen. Aber hinten in der Innenverteidigung, da geht's. Vielleicht kriegt er, kriegt er es einmal hin. Kann er nächste Woche zurück in seine Innenverteidigung. Und da einen Laun machen. Gegen Nürnberg. Haha. Kommen wir auch gleich noch dazu. Kommen die nächsten Opfer. Kommen die nächsten Opfer. Wir wollen Opfer, keine Gegner. So. Dann hab ich sie an die Bege getitten. Ja, das, das war wieder was anderes. Was machen wir denn mit hier, äh, Sturm? Wenn ein Rebic nicht, nicht kann, ich würde mal sagen, es läuft auf so den Klassiker, Gacinovic auf der acht bis zehn und davor ein Haller und ein Jovic hinaus. Ja. Denke ich auch. Denke ich auch, dass es da drauf rausläuft. Alles andere ist, äh, Schnullibulli. Ja, vor allen Dingen, Pacencia kannst du, kannst du halt, den kannst du halt bringen, ne? Also, das ist halt auch niemand, wo du sagst, naja, keine Ahnung, ein Wechselspieler, der eine Bude macht, den bringst du, egal wann, da hast du noch jemanden in der Hinterhand, den du, den du sowohl für einen, für einen Jovic als auch für einen Haller bringen kannst, der auch nochmal für ein Tor gut ist. Das läuft. Ja. Ja, dann haben wir es. Was ist denn dein Tipp? Mein Tipp? Ich habe, äh, 20 Euro mit meinem Düsseldorf-Tipp gewonnen. Wahnsinn. Wir haben hier immer, äh, ein Couch-internes Tippspiel. Einsätze sind 20 Euro, Tipps entweder auf Sieg, Unentschieden oder Niederlage. Wenn, äh, beide auf das Gleiche tippen, dann gilt halt das Ergebnis. Und, äh, mein, äh, Tippgegner hat auf ein 1-0 getippt, ich hatte auf ein 3-0 getippt. In der 90. Minute habe ich mir noch große Sprüche anhören können, ob ich 20 Euro klein hätte. Ja. Ja. Dann, äh, stand es kurzzeitig 2-0. Dann hätten beide 20 Euro in Potsch, äh, zahlen müssen. Ja. Und dann, äh, ja. Habe ich einen Zwaniger kassiert. Und den setzt du gegen Ida auf welches Ergebnis? Ich, ich glaube, ich glaube, wir gewinnen das. Wir gewinnen das, wir gewinnen das nicht hoch. Das wird ein 1-0 in der zweiten Halbzeit irgendwann geben. Ich sage auch, wir gewinnen das nicht hoch, allerdings mit einem 2-0. Ja, also ich glaube, der Trapp, der ist jetzt, der ist jetzt geil auf sein, postet er auch mal hier auf Instagram, Clean Sheet, ne? Schon wieder Clean Sheet geschafft. Hi, hi, hi. Ja. Also ich könnte, ich könnte mir vorstellen, dass Trapp sich hinstellt und sagt, kommt noch mal her mit eurem Scheißelfmeter, alle weg. Genau. Ja, ich glaube, es gibt ja auch eine breite Brust gegen so eine Mannschaft, wenn du einen Elfer gehalten hast, der ja auch, weiß Gott nicht, also es war ja nicht so, dass du denkst, ach du lebes bisschen, wir haben den geschossen. Der war jetzt nicht schlecht geschossen. Der war platziert hart unten hin, den hat er einfach geil gehalten. Gibt eine breite Brust, damit kann er fahren. Ja. Da ist nichts gegen zu sagen. Aber wäre geil. Also ich nehme, ich nehme alles, was uns da noch eine weitere Runde beschert. Ich wollte gerade sagen, am Ende des Tages ist mir das Ergebnis so schlicht. Das Thema ist noch nicht durch. Das Thema ist sowas von nicht. Ich bin am Freitag über die Grenze fahren und wissen, ich fahre noch mal irgendwo hin. Ja. Ja. Das wäre einfach so großartig, äh, genial. Gut, dann müssen wir auch noch sprechen, wenn wir, äh, von über Grenzen fahren reden. Äh, Nürnberg ist der nächste Gegner. Zu Hause, Sonntag, 15.30. Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht so detailliert irgendwie reingehen. Ja, Nürnberg ist halt so Kellerkind der Saison, ne? Ist vor allen Dingen, ne, ist komplett angeschossen. Darfst du am Ende des Tages nicht unterschätzen, darfst du nicht der Aufbaugegner sein, den wir Jahr für Jahr immer waren. Aber das sind einfach wichtige Punkte. Also wenn du oben dranbleiben willst und ich hab halt tatsächlich die Hoffnung, dass wir es irgendwie noch schaffen, uns auf diese Champions League Plätze hochzuschmuggeln und wenn du dieses Ziel, jetzt sagt sie das böse Wort. Durfte man das nicht? Muss ich, muss ich was zahlen? Ich hab 20 Euro. Kaum hat sie hier Code, wird so großzügig. Herrlich. Ja, also, Champions League würde ich jetzt nicht sagen, aber allein sich... Ganz ehrlich, wenn wir das schaffen, dann bleibt dieses Team meiner Meinung nach zusammen. Ich mein, der Jovic hat's auch schon mal gesagt, wenn wir's schaffen, dann müssen sie mich hier schon wegjagen und ich glaube tatsächlich, wenn wir das schaffen werden, werden wir, ich glaub, dass wir Spieler wie De Guzman und Wilhelms auf jeden Fall verlieren werden, egal wie die Saison ausgeht, aber dann sei's drum, dafür findest du auch wieder einen Ersatz, aber ich glaube, wenn wir es schaffen, in die Champions League-Ränge zu kommen, dann bleibt ein Rebic, dann bleibt ein Jovic, dann bleibt ein Haller, dann bleibt ein Pacencia, dann schaffen wir's durch die ein oder andere müde Mark, die wir uns in der Euroleague jetzt ergaunern oder wie auch immer, einen Trab für ein bisschen Ablösesumme von Paris loszueisen und dann kannst du halt was richtig Geiles aufbauen. Das ist halt so ein bisschen mein Traum und deswegen darfst du diese Punkte in Nürnberg auf gar keinen Fall liegen lassen. Da musst du hochkonzentriert rangehen, und dann, ja. Ja. Dann ab's dafür. Ich weigere mich noch so ein bisschen von diesem CL-Ding da zu reden, aber allein am Ende der Saison zu sagen, wir spielen wieder international und wir haben's jetzt nicht durch einen Pokalsieg, sondern wir haben's dadurch geschafft, dass wir über die Saison hinweg über 34 Spieltage uns das erarbeitet haben, ist halt auch nochmal so ein ganz anderes Statement und allein das fände ich schon einen großen Benefit, aber ja, wenn wir es irgendwie schaffen, diese Mannschaft oder einen Großteil dieser Mannschaft in dieser Art und Weise zu halten, oh mein Gott, was da nächstes Jahr dann noch möglich sein könnte, Hellfree is over. Also das wäre echt sowas von mega, 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 mega. Aber ja, das ist echt ein hart umkämpftes Feld. Der Basti hatte es vor ein paar Folgen gesagt, diese ganzen Mannschaften da unten drin spülen einfach so viele Punkte in dieses Mittelfeld und in diese ersten acht bis zehn Plätze, da können wir uns jetzt halt eigentlich echt das nicht nehmen lassen, da irgendwie Punkte liegen zu lassen, weil dafür ist das ganze Thema bis Platz drei einfach zu dicht beieinander. Auf der anderen Seite, und das haben sie auch hier gerade nochmal im Chat geschrieben, Nürnberg war so ein bisschen das Spiel in der Hinrunde, wo wir das erste Mal richtig schlicht ausgesehen haben. Und das sind halt jetzt auch einfach harte, kämpferisch anstrengende Spiele, die wir jetzt in den zwei Wochen dann davor hatten. Ja, auf jeden Fall. Aber das sind halt jetzt die Punkte, auf die es ankommt. Ja. Da musst du jetzt Gas geben. Und danach kommt ja wieder dieses komische Ding, was sich Länderspielpause nennt. Also, da heißt es halt jetzt auch einfach nochmal Arschbacken zusammenkneifen, nochmal die 90 Minuten da am Sonntag rennen und dann einfach mal Regeneration. Ja. Ja. Und dann kommt Stuttgart, dann hast du so ein kleines Trainingsspielchen, das kannst du dann so zum Eingrufen wieder mitnehmen. Ja, Stuttgart, du liebe Güte, ey, was der Junge, Junge, Junge. Stuttgart ist genauso wie, wie was da gerade, krass, da ist da gerade mit Schalke passiert, alt, also, mein Gott, was bin ich froh, dass ich auf meiner Couch sitzen kann, diese Vereine dieses Jahr alle belächeln kann. Ja, es ist echt, muss man aufpassen, dass man am Ende nicht zu überheblich wird. Ne. Ja. Übrigens an dieser Stelle, Schalke liegt gerade zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 4-0 gegen Man City zurück. Ja. Thema halt auch mehr als durch. Ich glaube, da geht noch was. Ja. Die müssen ja jetzt nur 6 Toren schießen. Ja, also, wenn eine Mannschaft das in der jetzigen Verfassung schafft, dann wäre es wahrscheinlich die Eintracht oder vielleicht Leverkusen. Aber Schalke, no. No, 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 no. Selbst Düsseldorf würde ich das noch eher zutrauen als Schalke und das will schon viel heißen. Ja, also nur vom, also nicht vom spielerischen Saison, aber so vom Namen her wird mir das als Schalker gerade eben schon echt stark auf den Nerven gehen. Aber ich glaube, die haben echt andere Probleme gerade. Wie so viele andere da unten drin auch. Also ich beneide da keinen. Ja. Bis, die tun mir alle ein bisschen leid, bis auf Hannover. Also da die Fans vielleicht auch, aber der Rest irgendwie weniger. Aber gut. Ja, das ist richtig. Hannover ist auch so, also Hannover ist so ein bisschen, ist so ein bisschen desegal. Achtung, jetzt kommt's. Kellerkind. Der war großartig. Ja. Der war sowas von, von flach. Der hätte selbst irgendwie unterm Trapp noch durchgepasst bei dem LB. Kennst du, kennst du diesen Comedy-Keller bei einem dieser Radiosender? Ich weiß nicht, ob das FFH ist oder HR3? Ich höre ja kein Radio, von daher ist mir das relativ. Naja, sei froh. Das ist somit das nicht witzigste, was es auf dieser Welt gibt. Da geht irgendwann abends einer runter und sagt, Und das läuft im Radio. Also was erwartest du da bitte? Geht immer einer hin, sagt, ey, wir bauen noch einen Witz für heute Abend. Lass mal einen raushauen. Da kommen so Sachen wie, kann man sagen, Kellerkind, ja, was ein Schenkelklopf. Ja, also wenn hier FFH3, wer auch immer dieser Kellerkind-Producer ist, wenn die eine Vorlage brauchen, hier im Podcast gibt es alles. Ja, also wenn einer braucht, der irgendwie flache Witze für die Jungs schreibt, dann sollen sie sich entweder bei mir melden oder noch besser beim hier Herrn Hofmeister von Fußball 2000. Der wäre da auch exzellent für geeignet. Was wäre denn dein Tipp für das Nürnberg-Ding da am Sonntag? Das Nürnberg-Ding, das Nürnberg-Ding muss, wie gesagt, die Jugend von heute, da muss rasiert werden. Ui! Jetzt sind wir hier auf YouTube-Niveau angekommen. Läuft mal hier. Aber sowas von. Ich habe mir heute die Kommentare bei Fußball 2000 durchgelesen. Ich bin jetzt voll in der Jugend angekommen. Ja, und in anderen Dingen. Aber dazu vielleicht später nicht. Also, da muss, ich glaube, ich glaube, da werden wir vielleicht sogar ein Gegentor kassieren, weil wir nicht aufpassen. Ja. Aber ansonsten, das muss ein 3-1 oder ein 4-1 werden. Also, da muss reingehauen werden. Nicht hier so rumgeknapse. Ach, man will ja auch nicht so euphorisch sein. Mach mal ein 3-1. Du machst ein 3-1. Ja, Gegentor. Ich weiß nicht. Eigentlich wäre es ja mal wieder an der Zeit, aber... Nee, Gegentor, Gegentor will ich nicht. Wobei Nürnberg schon, ach ja, die könnten sich da halt schon nochmal irgendwie reinfighten. Aber nee, 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 nee. Da spielt Hasebe wieder in der Innenverteidigung. Der geht da ganz klassisch irgendwie ran und Hinteregger wämst wieder den einen oder anderen da irgendwie weg. Und Fernandes kann auch wieder hier die Knüppel auspacken. Nee, gegen... Also, wir spielen auf jeden Fall zu Null und... Ja, 2-0, würde ich sagen. Ist, glaube ich, so ein solides Ding. Ja, mit 2-0 freue ich mich an. Ja, damit haben wir quasi alles das, was so zum laufenden Spielbetrieb gehört oder gehörte, abgehandelt. Und müssen dann kommen zu diesem hier. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im Richtchenleben. Jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Ja, wir hatten letzte Woche eine extrem lange Liste an Dummschwätzern. Und ich lese sie jetzt nicht nochmal komplett vor, weil das würde dafür sorgen, dass die nachfolgenden Sendungen sich um locker nochmal eine halbe Stunde irgendwie verzögern. Das können wir keinem antun. Und dementsprechend aber aufgrund dieser langen Liste ist auch die Entscheidung für den Sieger sehr knapp ausgefallen. Und wir haben sogar zwei Erstplatzierte. Also wir haben zwei, die sich den ersten Platz teilen müssen. Die passen aber ganz gut zusammen. Das ist nämlich einmal der Herr Beereswill, der ja gesagt hat, dass man könne die ganzen Polizisten nicht unter Generalverdacht stellen. Womit er ja nicht ganz Unrecht hat, aber dann macht man das halt auf der anderen Seite auch nicht. Weil, gleiche Regeln für alle. Und gleichzeitig ebenfalls mit derselben Punktzahl, nämlich 16,1 Prozent, die Polizei Mainz für ihre wunderbar positive Bilanz zur Altweiber-Fasnacht. Hier, nee, die kriegen meine Stimme noch dazu, die müssen gewinnen. Das war der beste Tweet ever. Ja, also es war in dem Konstrukt schon sehr fragwürdig, das stimmt schon. Ja. Das passt. Ja, und wir haben auch diese Woche wieder so den ein oder anderen. Und wir starten da gleich mit dem absoluten Klassiker rein, der uns von dem Hörer oder Hörerin Ed Falax unter Strich i geschickt wurde. Und zwar Thomas Doll für einfach alles. Kann man auch, glaube ich, gar nicht großartig ergänzen. Thomas Doll, da kommt wenig. Thomas Doll war letzte Woche auf der PK so ein bisschen im Fee-Modus. Ich muss schon wieder meinem Gegner gratulieren, mach ich überhaupt nicht gern. Also der klaut jetzt auch noch sein dumm Geschwätz bei anderen Leuten. Ja, es erinnerte mich in der Tat da auch so ein bisschen dran. Aber er ist halt auch bei allem, da kann ich die, könnte man in den Empfehlungen gleich nochmal über die aktuelle Rasenfunk-Folge zumindest über das Hannover-Segment da irgendwie sprechen. Der ist halt auch einfach so nach dem Motto, die anderen sind immer schuld und er war es halt einfach nie. Ja, das ist aber auch Thomas Doll. Ich glaube, der ändert sich in der Situation auch nicht mehr. Hätte man auch anderes von vornherein irgendwie erwarten können. Dann haben wir als zweiten Nominierten vorgebracht, eingereicht vom Ed Wükos. Und zwar der Herr Grindel, der findet, dass der Beginn für die Euro-Quali der richtige Zeitpunkt für personelle Veränderungen war. Maybe, aber dann hätte man auch gleich bitte noch andere personelle Veränderungen mitnehmen können, Herr Grindel. Nicht wahr? Ja. Also ich muss ja sagen, ich finde es ganz geil. Und vor allen Dingen wüsste ich halt auch gern mal so, was der wahre Grund dahinter ist. Dass das jetzt kommt oder? Ja, dass das jetzt kommt, weiß ich gar nicht. Das ist ja relativ klar, weil jetzt muss ein Kader nominiert werden und der Freund Jogi hat es halt bis zur letzten Sekunde irgendwie hinausgezögert. Ob das jetzt halt eben so schlau war oder ob man das nicht irgendwie in der, haben die eine Winterpause mit der Nationalmannschaft? Ich weiß es nicht. Aber irgendwie in dem Punkt irgendwie hätte er machen können, um dann irgendwie. Ja, aber gibt es denn irgendeinen Zeitpunkt in der Saison, wo die Bayern nicht geheult hätten? Nee, darauf kannst du ja einfach Rücksicht nehmen. Ich meine, da hat er jetzt ja auch keine Rücksicht. Wenn du so eine Entscheidung triffst, dafür gibt es keinen richtigen Zeitpunkt. Ja. Das ist eine Entscheidung, die spaltet die Gemüter und da war es sich vorher im Klaren, dass er dafür viel Tadel für einstecken wird. Von dem einen oder anderen vielleicht noch ein bisschen Lob. Also es ist halt eine Entscheidung, die lädt zum Diskutieren ein und die lenkt halt von ganz vielem anderen ab. So, damit hat er sich jetzt erstmal ein bisschen Ruhe für seine Arbeit im Hintergrund. Das lenkt von ganz vielen anderen Problemen ab. Die Welt diskutiert jetzt über die drei Spieler, über den Zeitpunkt, über alles Mögliche und er kann im Hintergrund erstmal weiter in Ruhe arbeiten. Aber so eine Entscheidung hat ja auch immer einen Hintergrund. Und ich meine, Thomas Müller ist für mich so ein bisschen der Alex Mayer der Nationalmannschaft. Ich mochte den Spieler noch nie. Klar macht er auch immer mal wieder ein Tor, aber ich bin überhaupt kein Müller-Fan. Ich mag seine Spielweise nicht, ich mag den Typ nicht. Das ist so ein... mag ich nicht. Hummels, Boateng sind eigentlich zwei Innenverteidiger. Die kannst du immer mal bringen. Also da ist jetzt... Klar würde ich jetzt auch wahrscheinlich eher mit einem Tar spielen wollen, den ich sowieso grandios finde. Aber das ist jetzt kein Abfall. Und deswegen glaube ich, dass die sich auch durch andere Dinge einfach disqualifiziert haben. Und dass da in der Kabine vielleicht auch das ein oder andere vorgefallen ist, was wir nie erfahren werden. Ja, kann wirklich sein. Die sich vielleicht auch in irgendeiner Art und Weise kritisch geäußert haben, was da irgendwie aufgeschlagen ist. Oder nicht unbedingt die Mannschaft dienstlichsten waren. Und ich glaube, das wird der Hintergrund sein. Oder ich würde mir erhoffen, dass es mehr Hintergrund gibt als so taktische Plänkeleien wie, ich treffe jetzt mal eine Entscheidung, damit die Welt was zum Diskutieren hat. Ja, also ist schwierig zu sagen. Also es kann wirklich von... Er hat es irgendwie bis zum letzten Zeitpunkt rausgeschoben bis hin zu tatsächlich irgendwie so als Ablenkungsmanöver. Oder wie du schon sagst, da sind Dinge vorgefallen, die wir jetzt so im Hintergrund irgendwie gar nicht kennen. Kann das halt wirklich irgendwie anders alles sein. Das ist halt echt schwierig an der Stelle einfach. Dann haben wir quasi den Gegenpart in der nächsten Nominierung. Die kommt vom Joe und vom Ette-Ganz-Zahl. Und zwar Thomas Müller für sein wunderbares Zwei-Minuten-Video-Statement zur National-Elf-Entscheidung. Ich bin immer noch am Rätseln, ob er sich dafür in die Sauna gesetzt hat vor diese holzkomische Wand. Oder ob das irgendwie die Einbauküche war. Keine Ahnung. Ich glaube, bei dem sieht es zu Hause so aus. Der wohnt in so einem traditionellen bayerischen Holzhaus. Der hat wahrscheinlich auch noch so diese, kennst du diese guten, hatten meine Eltern früher so diese guten alten Essecken, so mit dieser Holzbank. Oder irgendwie, wenn du länger als 20 Minuten drauf sitzt, das Gefühl hast, dass dir instantan Hämorrhoiden wachsen. Da kannst du aber auch, da kannst du die Sitzfläche aber auch hochklappen, damit du da deine Tischdeckchen reinlegst. Nein, da sind keine Tischdeckchen drin, mein Gott. Da liegt der Quelle-Katalog, der Neckermann-Katalog und nebenbei noch irgendwie diese Schaumstoff-S-Auflagen, die mit dieser Wachsschicht bezogen sind, damit du die gute Tischdecke nicht dreckig machst. Aber die müssen Blümchenmuster haben. Also, ich sehe schon, Kurfürsts waren da eher traditionell unterwegs. Ja, leider Gottes ja. Und irgendwann ist die Sitzbank zusammengebrochen, weil zu viele von diesen Quelle- und Neckermann-Katalogen da drin waren, dass es unten einfach das Brett rausgibt. Nee, hatte nichts mit deiner Figur zu tun. Hatte nichts damit zu tun. Ja, die Sitzfläche war ja noch da, das Brett unten war einfach raus. Weißt du, wie schwer so ein Quelle-Katalog früher war? Den habe ich immer genommen, um die Hausaufgaben zu beschweren, wenn sie wieder... Ja, stell dir mal vor, du würdest heute Amazon ausdrucken, ne? Ja. Ja, könnte, könnte hinkommen. Dann haben wir als nächsten Nominierten vom Herrn S. Dittel und dem Rackox, und zwar den Herrn Christoph Kunz, der dieses wunderbar, ich weiß nicht, wo es abgedruckt wurde, ich glaube hier irgendwie Usinger Generalanzeige oder irgendwas, dieses Interview mit dem Herrn Beuth, wo er so implizit in der einen Frage die These aufmacht oder die klare Aussage trifft, dass alle Eintracht-Fans gleichzeitig auch Nazis sind. Voll. Da siehst du mal, wie intensiv der sich mit der Fanszene auseinandergesetzt hat. Ja, oder wie der sich mit anderen Dingen auseinandergesetzt hat. Er möge sich doch bitte mal intensiv mit anderen Dingen auseinandersetzen und aufhören, Dinge in Zeitungen zu schreiben. Das wäre mal eine gute Tat. Ja, aber ich glaube das auch mit dieser altdeutschen Schrift, auf der eine Pullover immer draufkommt. Das sind alles so komische Anzeichen. Und ich glaube auch die Eintracht-Fans, ganz rechtes Volk, du. Ja, alle, alle, alle 50.000, die da jedes Mal hingehen. Es ist so fürchterlich. Es ist echt fürchterlich. Dann haben wir in der nächsten Nominierung vom Herrn Kukinho die UEFA für diese automatische Sperre gegen Hütter. Das wäre das, was ehrlich gesagt auch bei allem anderen gerade von mir das Plus Eins bekommen würde. Ja, wobei, du kannst ja bei allen die gleiche Begründung anbringen für Thomas Doll. Also Grindel kannst du nominieren für einfach alles. Du kannst Thomas Müller für einfach alles nominieren. Du kannst Beuth für alles nominieren. Und die UEFA kannst du auch für alles nominieren. Ja. Also, du brauchst ja bei keinem dieser Leute brauchst du noch eine Begründung dafür. Nee, das ist in der Tat richtig. Man kann eigentlich wirklich immer einfach sagen, dass sie gerade irgendwie dumm gebabbelt haben. Das passt auch zur nächsten Nominierung, die auch wieder von dem Ed Kukinho kommt. Und zwar der Herr Grindel und die DFB für das erneute Beweisen von wunderbar hervorragenden Kommunikationsfähigkeiten. Wir döteten es ja gerade eben schon an. Und dann eine Nominierung von Benedikt. Und als ich das gelesen habe, war ich echt so ein bisschen irritiert. Und zwar der Chemnitzer FC und alle Beteiligten für diese Gedenkfeierlichkeiten, die da am vergangenen Wochenende passiert sind. Das haben doch hier die Nazis der Eintracht. Die haben das doch unterstützt. Die waren doch da eingeladen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also, als ich das gelesen habe, da habe ich echt gedacht, das kann irgendwie nicht so richtig wahr sein. Ich meine, klar, wenn ein Mensch verstirbt, ist das für Familie und Angehörige immer eine schwierige Situation. Aber das, was da abgelaufen ist, das fand ich so ein bisschen sehr über die Grenze drüber hinaus. Und auch diese scheinheilige Kommunikation, die dann da im Nachhinein irgendwie getan wurde, also schwierig, schwierig, schwierig. Meinst du von diesem Insolvenzverwalter, oder? Ja, auch die Positionierung vom Chemnitzer FC und von dem Spieler, der dieses T-Shirt da hochgehalten hat, also das war alles nicht so richtig, also glaubwürdig ist für mich so ein bisschen anders an der Stelle. Ja, das stimmt. Ja, also, da hat sich keiner so richtig irgendwie mit Ruhm bekleckert. Ja. Ja, dann haben wir den Nächsten, kommt wieder von Vykus, und zwar die FIFA und der Herr Infantino für ihre wunderbaren Pläne zur Club-WM mit 24 Mannschaften. Das wird Bombe. Ein Riesen-Event wird es. Ich gucke alles schon, wo ich Katten bestellen kann. Ich habe es jetzt schon in den Kalender eingetragen, Urlaub eingereicht, das muss ich einfach sehen. Findet ihr das wieder in irgendeinem Land ohne Menschenreicht der Stadt? Ich wollte gerade sagen, das findet garantiert im Winter in Katar statt, das wird Bombe. Ja, hervorragend. Ich habe ja hier alle Veranstaltungen, Weihnachten, Silvester, können sie komplett absagen, wir müssen Club-WM gucken. Himmel, Herrgott, wie kommen die immer auf so Ideen? Wer schreibt denen den Mist? Also, Mann. Ja, ist echt schwierig. Ja, jetzt kommt aber mein heimlicher Favorit. Ja, der ist auch großartig, und zwar nominiert von Alipold, und zwar Frau Claudia Effenberg, die es geschafft hat, mit nur einem einzigen Tweet eine per Handschlag vereinbarte Traineranstellung ihres Manns Stefan Effenberg bei Schalke 04 zu vernichten. Unfassbar. Ich sage dir, Schalke war so überzeugt von Stefan Effenberg, die wollten den unbedingt, unbedingt, die hatten keine andere Option gesehen als den Typ, und dann postet die was. Ja, dann ist das ja nicht mehr machbar. Also, wie kann ich denn, wie kann ich denn, wie kann ich denn so eine Pressemitteilung rausgeben? Dann mache ich mich das selber zum Affen. Wieso? Aber, äh... Also, ich fand die Pressemitteilung von, ähm, von Schalke an der Stelle jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt, weil sie halt ganz klar einfach nochmal gesagt haben, so nach dem Motto, ja, aber wir hatten eine Vereinbarung, und gegen die Vereinbarung wurde verstoßen, und deswegen haben wir uns entschieden, das Ding nicht durchzuziehen. Weil die Frau irgendein, irgendein, also wenn du doch überzeugt bist von deinem Trainer, und so eine Vereinbarung machst, und wenn du als Trainer überzeugt bist, dass du da hin willst, dann kannst du, ich sag jetzt mal, was alle Frauen mögen, das verzeihen werden. Also, also die Frage ist jetzt halt wirklich, auf welchem Level diese Überzeugung war. Weil wenn sie halt wirklich so total überzeugt gewesen wären von Stefan Effenberg, dann hätten sie das Ding nicht per Handschlag in dem Moment festgemacht, sondern dann hätten sie schon einen, äh, einen Vertrag, einen vorgeschriebenen mitgehabt, wo man einfach noch die Felder über Gehalt... Zahl, Laufzeit... Laufzeit, Gehalt und irgendwie Handgeld irgendwie manuell ausfüllt, das Ding unterschreibt, und dann ist das Thema durch. Dann wärst du halt wirklich so bei, wir wollen unbedingt mit dir zusammenarbeiten. So, Handschlag... Ja, aber ich mein, ne, hast du ja öfter, ne, du willst irgendwas, bist du den Vertrag und den ganzen, den ganzen Firlefanz drumherum fertig hast, dauert ein bisschen, sagst du, jo, alles klar, wir sind uns einig, wir machen das, aber dann zerstört auch kein Tweet von irgendeiner Frau irgendwas. Also, entweder rede ich dann natürlich auch zu Hause mit einer Frau, sagst du, ich hab jetzt mal ein Geheimnis, ich sag's dir, aber sag's keinem weiter, ich kann bei Schalke Trainer werden, aber offensichtlich, äh, wurde da ja auch anders kommuniziert. Ja, und wenn du davon überzeugt bist, dann klärst du das halt auch ein bisschen souveräner und anders und sagst hier, kannst du mal den Tweet von deiner Frau löschen und dann zum Unterschreiben vorbeikommen, dann sind wir, dann sind wir auch Pari, Handgeld wird jetzt halbiert, ne, weißt du. Aber, ja, deswegen dann irgendwie hinterher zu sagen, nein, die hat was Böses gesagt, dann haben wir ihn nicht genommen. Zeigt ja eigentlich auch, dass du, äh, dass du nicht ganz so überzeugt warst. Ja, okay, den, den Punkt, äh, sehe ich durchaus, das, ähm, wird dann sicherlich noch so ein bisschen ein Manko zu sein, aber ich fand die Reaktion in der Pressemitteilung schon gut, auf der einen Seite zu sagen so, ey, Effenberg, haut da irgendwie wieder so ein Ding raus, dann auch ganz klar zu sagen so, ja, äh, ist richtig, aber wir sagen euch halt dann jetzt auch mal die ganze Wahrheit. Ja, fand ich, also ich fand's jetzt nicht so gesichtsverlustmäßig für Schalke wie für andere in dem Prozess beteiligte Menschen. Ja. Ja. Gut, damit sind wir mit den Dummschwätzer-Nominierungen durchgekommen, noch gerade eben der ein oder andere im laufenden Prozess rein. Die nehmen wir jetzt nicht mehr mit auf, ich versuche die mal für nächste Woche aufzuschreiben. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, wisst ja aber jetzt, was zu tun ist. Ihr geht wieder auf eintracht-podcast.de, dort auf die Folge 343 und stimmt ab. Und dann schauen wir mal nächste Woche, wer euer Sieger für das Ding ist, war, sein wird. Ihr wisst schon, was ich meine. Und dann kommen wir jetzt, weil wir jetzt auch wieder was brauchen, um mal die Gehirnwindung auf was Positives einzustellen, zu dem hier. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles, zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander Respekt verunten müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Und da haben wir uns zwei Sachen diese Woche rausgesucht. Wir haben echt eine Menge Vorschläge für die gute Tat der Woche bekommen. Und wir hatten ja irgendwann mal gesagt, wir wollen es auf eine reduzieren. Ich fand aber zwei sehr erwähnenswert und habe die deswegen mal rausgesucht. Ich war jetzt kurzfristig von der anderen guten Tat der Woche irritiert, die hier im Chat kam. Es steht anscheinend jetzt aktuell 6-0 bei ManCity gegen Schalke. Und ich hoffe, da hat irgendwer auf mehr als 2,5 Tore gesetzt, weil da könnte richtig viel Geld nachher rauskommen. Aber kommen wir zurück zu den zweiten Vorschlägen, die wir diese Woche bekommen haben. Und zwar einmal ein Vorschlag oder eine Nominierung für die gute Tat der Woche von Marcel. Und zwar hat er uns einen Hinweis geschickt auf einen sehr gelungenen und sehr friedlichen Fan-Protest der Fans oder beziehungsweise Ultras des FC Luzern gegen Anschlusszeiten. Und zwar ging es da wohl am vergangenen Mittwoch im Spiel gegen Young Boys Bern um 18 Uhr los. Und die sind einfach mal aufs Spielfeld gegangen. Ich vermute mal, ich habe den Beitrag jetzt nicht so 100 Prozent gelesen, dass das vereinbart war. Sind auf das Spielfeld gegangen, haben das Tor mit einer Kette quasi verriegelt und haben sich dann davor gestellt und haben einen Banner ausgerollt. Also man kann auch sehr friedlich und sehr kreativ so einen Fan-Protest machen. Ich will jetzt nicht sagen, dass unsere Proteste nicht auch friedlich waren, aber das ist dann halt auch nochmal eine andere Sache. Und da gibt es einen schönen Beitrag von Faszination Fankurve dazu. Den werden wir euch an dieser Stelle auch verlinken. Und dann haben wir noch einen zweiten Vorschlag, der kommt vom Ed-Hack-Klötzje. Und zwar werden da für die gute Tat der Woche vorgeschlagen, die Vereine Ingolstadt und Union, die sich ganz klar gegen Hetzer positionieren. Da gab es so ein bisschen sehr unschöne Worte eines Twitter-Users und gegen Ingolstadt von einem vermeintlichen Union-Fan. Und das hat am Ende, so wie ich das verstanden habe, auch dazu geführt, dass beide Vereine wohl auch Anzeige gestellt haben gegen den Menschen. Also das war ganz klar harter Tobak, der da passiert ist. Und ja, das wären unsere beiden Vorschläge oder unsere beiden guten Taten der Woche, die wir an dieser Stelle gewürdigt heißen wollen. Wie gesagt, es gab eine ganze Menge, die da geschickt worden sind. Und ja, wir haben nicht alle irgendwie aufnehmen können, sonst wäre auch die Liste wieder irgendwie bis ins Unendliche nachher gegangen. Frau Alex, Kommentare dazu? Nee. Nee. Gut. Dann kommen wir jetzt zu dem Letzten und das ist dieses hier. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Du merkst, du kommst an dem Jingle nicht vor. Das liegt eigentlich einfach an deiner langen Abwesenheit. Vielleicht, wenn wir das jetzt hier zu mehr Sendezeit wieder schaffen, dann kriegen wir dich auch noch irgendwie diesem Jingle untergebracht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Rufen dann nochmal eine Version macht. Ein Traum. Ein Traum. Genau, unsere Empfehlung. Dann müsstest du dich aber wahrscheinlich auch eine Empfehlung beisteuern, ne? Dann müsstest du vielleicht auch eine Empfehlung beisteuern. Dann gucken wir erst mal. Ich habe hier mal drei Stück aufgeschrieben. Das erste passt zu einer Dummschwitzer-Nominierung. Und zwar, die elf Freunde haben einen Tweet rausgehauen. Und zwar, sie haben den entscheidenden Post von Claudia Effenberg gefunden und haben eine grandiose Bildcollage aus... Alter, ich kriege auch noch drauf, ey. Ich bin jetzt gemacht und nebendran das Bild von Claudia und Stefan Effenberg, wie sie versuchen, sich auf dem Oktoberfest gegenseitig aufzufressen. Also es hat so ein bisschen was von so einem Marvel-Film, was da passiert. Also es ist echt grandios, wer das Ding noch nicht gesehen hat. Ich habe echt minutenlang gelacht. Es war so großartig. Aber man sollte vielleicht nicht gerade dabei sein, irgendwas zu trinken oder was zu essen. Das könnte zu Würgereflexen oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht massive Störung meiner eigenen Sexualität mit sich zieht. Ja, weiß ich nicht. Könnte sein. Werden wir vielleicht in späteren Folgen erfahren. Also wenn es da was zu berichten gibt, werde ich das bei Fußball 2000 in den Kommentaren posten. Das hat sie irgendwie angetan, oder? Die Fußball 2000 Kommentare. Unfassbar, unfassbar. Was ist mit diesen YouTube-Leuten los? Ich weiß nicht. Also ich gucke sehr viel YouTube, aber ich habe mir abgewöhnt, Kommentare zu lesen. Vielleicht ist das der Tipp. Dann wüsstest du nicht über jeden Stuhlgang Bescheid. Ja, das ist richtig. Dann möchte ich als nächstes einen neuen Podcast empfehlen, und zwar Früff, Frauen reden über Fußball. Ist jetzt gerade so die... Halt ich hier persönlich nichts von. Ah, hier hältst du persönlich nichts von. Das ist mir schon klar. Ist jetzt gerade die Intro-Folge raus, wo sie nochmal so ein bisschen das Konzept erklären. Ist ein großes Team, sind jede Menge Persönlichkeiten drin, die man auch aus anderen Folgen kennt. Auch die ein oder andere schon hier mit dabei gewesen. Also von daher, schaut es euch mal an. Haben, glaube ich, auch ein sehr breites Themenspektrum. Geht jetzt nicht irgendwie speziell um einen Verein, sondern generell. Haut mal einen Blick raus, guckt mal, ob das für euch was ist. Hört euch vielleicht auch die ersten 1, 2, 3 Folgen an und entscheidet dann. Und dann, ja, könnt ihr das mal machen. Sondern habe ich tatsächlich als letzte Empfehlung, die ich mir hier aufgeschrieben habe, etwas von YouTube. Ich weiß nicht, ob du da Kommentare lesen musst oder nicht, aber man kann sich das Video zumindest angucken. Es ist nicht die aktuelle Folge Fußball 2000. Die würde ich vielleicht auch noch empfehlen, aber die guckt ihr sowieso alle. Und zwar ist es ein Prank an David Beckham, dem ein oder anderen sagt der Name noch was. Und zwar durchgeführt durch die Late Late Show mit hier Dingens, James Corden. Und zwar im Hintergrund der Story ist, er soll, David Beckham soll eine Statue aufgestellt bekommen bei der LA Galaxy. Und er hat quasi diese Statue im fertigen Zustand nicht gesehen und soll so vorher dahin so zum, ähm, zum Enthüllen dieser Statue, bevor die dann quasi vor das Stadion gestellt wird. Und die gehen halt hin und modifizieren diese Statue, der hat so einen ganz fürchterlichen Gesichtsausdruck. Das Kinn ist irgendwie x Meter lang. Also es erinnert so ein bisschen an diese Cristiano Ronaldo-Statue, die es mal da, ähm, gegeben hat. Aber halt als, als Prank. Und er steigt halt total drauf ein. Es sind knapp zehn Minuten, ich habe mich so schäckig gelacht bei dem Ding. Wie er da steht irgendwie vor diesen ganzen Schauspielern und meint, das wäre jetzt tatsächlich diese Statue, die da irgendwie rausgeht und dann schmeißt, guckt es euch einfach an. Ist herrlich. Ich fand es lustig. Und vielleicht mögt ihr danach auch Kommentare lesen. Ich weiß es nicht. Frau Alex, hast du noch was an Empfehlungen? Ich, äh, werde das nächste Jahr Abwesenheit dazu nutzen und mir lange Gedanken um eine Empfehlung machen. Nein, Quatsch. Du warst ja jetzt noch nicht mal ein Jahr weg. Also wir haben fliehend im Vorhinein nachgeguckt. Die letzte Folge war die 379 Meter für die Ewigkeit. Das ist jetzt ja noch nicht so lange her. Ja, also. Spätestens, spätestens bei der Barcour-Aufnahme bin ich auf jeden Fall am Start. Bei Fußball 2000 live, äh, vorm Stadion nach irgendwie, äh, Konsum mehrerer kleiner alkoholiger Fläschchen. Ja, genau. Vielleicht erfahre ich da auch mal, äh, wie, wie Peter Fischer das in, in Wodka mir keiner was vormacht. Ja, das könnte sein. Gut, das heißt, du hast keine Empfehlung, dann belassen wir es bei diesen dreien. Alle Links zu diesen Empfehlungen findet ihr wie immer auf unserer Seite und ihr dürft auch Kommentare hinterlassen oder ihr findet die Links zu unseren Social Media, wo ihr uns folgen könnt oder uns schreiben könnt, wo ihr Dummschwärzer nominieren könnt, uns Empfehlungen oder auch gute Taten reinschicken könnt. Und ihr findet natürlich im Blog auch den Hinweis, wie ihr uns supporten könnt. Und dann würde ich sagen, sind wir quasi auf der Zielgeraden. Äh, Frau Alex, es hat mich riesig gefreut, dass du heute mal wieder dabei warst. Und ich hoffe, es war nicht so schlimm, wie du es vielleicht in Erinnerung behalten hattest. Auf gar keinen Fall. Hervorragend. Nee, hat echt Spaß gemacht. Ich, äh, gelobe Besserung. Ja. Jetzt, wo ich auch weiß, dass auch das Headset noch funktioniert, die Staubschicht weg ist. Ja, jetzt, wo einmal der ganze Staub runter ist, würde es sich ja fast lohnen, das öfters zu benutzen. Ja, sonst hätte man ja die ganze mühevolle Arbeit da umsonst gemacht. Und die ganze Investition wäre ja für die Katz, ne? Das ist richtig. Aber dann würde ich sagen, machen wir, ähm, den Sack an dieser Stelle zu. Wir wünschen allen, die auf dem Weg nach Mailand sind, so wie du zum Beispiel oder Basti oder Marvin, äh, ab morgen, ähm, eine wunderschöne Reise, wenn wir schon gerade bei Basti und Marvin sind. Und euer Code-Wort für die nächste Sendung ist Flatulenz. Ähm, wir wünschen allen denen, die am Sonntag beim Spiel gegen Nürnberg sind, mindestens genauso viel Spaß. Wir hoffen alle sehr auf eine weitere Runde in Europa. Das wäre ein grandioses Ding. Wir verabschieden uns, äh, für diese Woche und melden uns in der nächsten Woche zu gewohnter Zeit wieder. Bis dahin, macht's gut! Hey, hey, that's gonna want, boy! Hey, 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 that's gonna want, boy! Hey, hey, es gonna run for Hey, 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 es gonna run for Hey, 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 es gonna run for Hey, 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 es gonna run for